Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute startet endlich mal wieder eine neue Reise. Wir sind mit Fluch der Karibik jetzt durch, hatten jetzt glaube ich zwei Wochen Pause oder so, haben einen kleinen Acolyte Marathon gestartet, aber jetzt geht's weiter. Und wir sind im nächsten Rewatch, diesmal ist es ein Mini-Rewatch, wahrscheinlich der kleinste, den wir bisher hatten, nämlich Dune. Wir sind endlich bei Dune angelangt. Ich versuche ja schon seit Ewigkeiten dich zu überzeugen. Jetzt hast du endlich, für dich ist es das erste Mal, oder? Du hast Dune vorher nicht gesehen. Nein, den ersten habe ich vorher schon gesehen, aber nur einmal. Und es war bei mir so ähnlich, wie als ich Spider-Man Into the Spider-Verse gesehen habe, also den letzten Spider-Verse-Film, wie auch immer der geheißen hat, oder Back to the Spider-Verse, wo es dann am Ende so einen Cliffhanger gab und ich mir so gedacht habe, oh ja, komm, Cliffhanger, gut, gehe ich nach Hause, lege ich zu den Akten, passt schon. Also schaue ich irgendwann mal wieder rein, wenn der nächste Teil wieder rauskommt und beschäftige mich bis dahin nicht mehr damit. Bei Dune war es ähnlich. Und dann, als Dune 2 rauskam, gab es überall im Internet diese Leute. Und du warst einer von denen, die mir erzählt haben, wie oft sie Dune schon gesehen haben und wie toll dieser Film nicht ist und ich muss den unbedingt sehen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, nee, jetzt, also, den Film hat es nicht in der Winkelgasse gespielt und aus Trotz fahre ich jetzt nicht in ein anderes Kino, um Dune 2 zu sehen. Aus Trotz einfach. Und ich warte, bis wir den Rewatch machen. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich Dune 1 das zweite Mal gesehen. Und Fun Fact, normalerweise mache ich mir so ein paar Notizen, die habe ich mir dieses Mal tatsächlich gar nicht gemacht. Sondern ich wollte nicht auf Papier schauen, ich wollte den Film wirklich sehen. Habe ein bisschen viel drüber nachgedacht. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich werde ein bisschen auf dich angewiesen sein, dass du gewisse Dinge korrekt dann aufzählen kannst oder in der richtigen Reihenfolge erzählen kannst. Ja. Aber ich habe mir mehr Gedanken gemacht als sonst. Weil, ja. Ich bin super, super gespannt, was du sagst. Weil, also ich glaube, ich würde sagen, Dune ist auch so eine Filmreihe, die du eigentlich nach dem Rewatch, auch nach der Aufnahme, glaube ich jetzt zumindest, solltest du den Film noch mal ein Stück cooler finden als vorher. Weil, also man wird ja schon so ein bisschen überfordert, sag ich mal. So, es ist super viel Lore und super viel Dinge, die angeschnitten werden, die man beim ersten Mal gar nicht versteht. Und beim zweiten und dritten Mal auch nicht. Ja, ich versuche so ein paar Sachen, auch vielleicht für Leute, die das Ganze hier schauen, die den Film auch nur ein, zweimal gesehen haben. Ich versuche so ein paar Sachen rauszuheben, auch nicht zu viel, sonst wird es dir zu lang. Aber so ein paar wichtige Sachen versuche ich vielleicht mal kurz zu erklären. Genau, stimmt vielleicht wichtig dazu zu sagen, die Bücher habe ich gelesen. Du hast sie nicht gelesen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Rollentausch zu Harry Potter damals. Ja, genau, so sieht es aus. Wollen wir, oder warte mal, du hast jetzt noch nicht gesagt, ob du den Film gut fandest. Ja, gut fand ich ihn auf jeden Fall. Aber er hat seine Fehler, die man ansprechen muss. Weil der Film, also es ist ein bisschen besonders, der Film läuft ja darauf hinaus auf so eine Art Avatar-Pandora-Geschichte von einem Außenseiter, der in ein neues Volk sich integriert und der dort irgendwie einen sehr hohen Status dann irgendwann erhalten soll. Hat auch ein bisschen was von Herr der Ringe, was das Pacing angeht, was die vielen World-Building-Themen, die vielen Charakter-Themen angeht. Hat auf jeden Fall was von Star Wars. Also da hast du ja mal ein gutes Video dazu rausgebracht. Aber bei all dem schafft es nicht ganz, an diese Filme heranzukommen. Vielleicht ändert sich das mit dem zweiten und dem dritten nochmal. Aber es gibt dann doch einige Probleme in diesem Film, wo ich sage, das hätte noch im ersten Teil, oder das hätte dem ersten Teil gut getan, um das einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Ich bin gespannt, was du sagst. Weil ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem des Films. Aber warten wir mal ab, bis es so weit ist. Gehen wir erstmal rein. Willst du anfangen? Wir können gerne anfangen. Es geht in Dune prinzipiell um einen Planeten namens Arrakis. Das ist ein großer Wüstenplanet, auf dem Spice abgebaut wird. Und da bekommen wir jetzt ein kleines Intro. Ich glaube, gesprochen vom Zendaya-Charakter. Wie auch immer der Zendaya-Charakter heißt. Aber es ist ein bisschen das Herr der Ringe-Intro. Und ich finde das schon ziemlich gut, wie das gemacht ist, weil es gibt einem nur die nötigsten Informationen. Du hast die Erklärung zu Arrakis, das Spice, das dort abgebaut wird, und dass dann dort die Außenseiter mehr oder weniger gekommen sind. Das dürfte dann die Familie oder der Clan der Harkonnen gewesen sein. Die haben keine Rücksicht auf die Leute dort genommen, auf die indigenen Stämme. Haben das Spice abgebaut und haben die Eingeborenen sehr, sehr schlecht behandelt. Sind in deren Lebensraum eingedrungen und haben die dann auch bekämpft mit Waffen teilweise. Technisch überlegen, bla bla bla. Die haben sich natürlich immer weiter widersetzt. Und die Harkonnen haben immer weiter das Spice abgebaut, weil das notwendig ist für Raumfahrt oder um weite Strecken per Raumfahrt zurücklegen zu können. Und die Eingeborenen waren eigentlich immer unterlegen, aber irgendwann sind die Harkonnen einfach abgezogen per imperialem Dekret und sind dann nicht mehr wieder zurückgekommen. Das ist so mehr oder weniger das, was uns da erzählt wird. Genau, das ist die Einführung. Du hast gerade schon mit Herr der Ringe verglichen. Erinnert natürlich sehr krass daran. Was ich aber cool finde ist, bei Herr der Ringe haben wir Galadriel, die das ganze Intro spricht. Und Galadriel hat ja in Herr der Ringe so eine fast schon allwissende Stellung teilweise. Also sie erzählt das ja wirklich aus fast so einer Perspektive von einem allwissenden Erzähler und erzählt von Dingen, wo sie nicht dabei war. Von dieser Szene, wo, boah, der Ringe-Rewatch ist so lang her. Wie hieß der König, der den Ring nicht reingeworfen hat? Isildur. Genau. Auf jeden Fall, sie hat so eine sehr allwissende Perspektive. Charney, also Zendayas Charakter hier, spricht ja wirklich nur aus ihrer Perspektive. Aber die erklärt ja gar nicht groß, sondern gibt uns so einmal ihre Perspektive auf die Dinge. Die Unterdrückung, die halt ihr Volk erfährt und alles, was ihr Volk so mitbekommt. Und dann zum Beispiel sagt sie auch, auf einmal waren die Hakonnen halt weg. Also wir wissen nicht wieso, die waren auf einmal einfach weg. Oder die wollen dieses Spice haben und dann wird nur, ja, die brauchen es halt für die Raumnavigation. Aber es wird gar nicht groß erklärt, was dieses Spice wirklich für eine Rolle spielt. Weil, also wenn man das wirklich aufrollen würde, könnte die die ersten zehn Minuten nur darüber reden. Aber macht sie halt nicht. Finde ich besser so, als wenn wir jetzt so eine ewig lange Einleitung gehabt hätten. Ja, also wir bekommen einfach nur das mit, was wir wissen müssen, um den Plot und den Film mit den Charakteren zu erleben. Ja, genau. Wir wissen eigentlich nicht mehr als Paul Atreides. Genau. Und das wird super, super wichtig im Laufe des Films. Weil wir haben gerade schon gesagt, es ist super schwer für einen Einsteiger, der das zum ersten Mal schaut. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nur dieses Minimum an Infos gibt. Sonst würde es wahrscheinlich schnell zu viel werden. Ja. Aber ja, wir sehen ja gleich, wie viel noch kommt. Ja, die Probleme liegen dann ein bisschen später, aber da kommen wir jetzt dazu. Wir gehen nämlich weiter mit, gerade angesprochen, der Hauptfigur Paul Atreides. Und der hat so ein paar Träume, in denen er immer wieder Arrakis sieht und eine gewisse junge Dame, die gerade das Intro eingesprochen hat. Genau. Paul schläft gerade auf seinem Heimatplaneten Kaladan, wie wir es aussprechen wollen. Und hat halt dort diese Träume-Visionen. Wir haben, das haben wir vorher nicht erwähnt, die Dune-Filme, die beiden eröffnen immer mit einem Satz auf dieser Saddukar-Sprache. Das ist so eine alte Kriegssprache, die hören wir später auch nochmal. Dune 1 eröffnet mit Träume sind, also Dreams are Messages from the Deep, eröffnet der Film. Also mit diesem Zitat. Und jetzt erkennen wir relativ schnell, warum das gesagt wird. Nämlich, Paul hat diese Träume. Wir sehen, wie er wach wird nachts. Sehen auch so ein bisschen den technischen Stand dieser Welt schon. Da sind diese Leuchtgloben, die immer da rumfliegen. Sehen halt, okay, das Ganze spielt auch so ein bisschen in der Zukunft. Und die Technik ist so ein bisschen weiter schon. Dann kommen wir aber zu einer der, für mich finde ich, interessantesten Szenen fast schon des Films. Nämlich der Frühstücksszene. Es sitzen Paul und seine Mutter Jessica sitzen am Frühstückstisch. Und Jessica, seine Mutter, gießt Wasser in ein Glas. Und Paul will das Wasserglas haben und sagt, ja, geh mal mit das Wasserglas, danke schön. Und sie sagt, ja, wenn du es haben willst, dann bring mich dazu, es dir zu geben. Und das ist ein Ausschnitt aus dem Bene Gesserit-Training. Wir werden gleich sehen, was die Bene Gesserit sind. So viel vorweggegriffen. Die haben eine besondere Fähigkeit. Nämlich die Stimme. Und die soll Paul jetzt hier nutzen, um dieses Wasserglas zu bekommen. Also seine Mutter dazu zu zwingen, es ihm zu geben. Und ich finde sehr, 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 sehr krass, wie die Stimme hier dargestellt wird. Weil das ist relativ schwer, sowas in einem Film darzustellen. Wir haben, also hier wird das jetzt so dargestellt, dass er spricht erstmal. Und er verkackt es dann erstmal und sagt seiner Mutter, ja, mach jetzt richtig. Und dann macht er es halt richtig. Und dann haben wir so einen asynchronen Ton. Also er bewegt seine Lippen. Dann kommt aber erst später der Sound. Wir haben vorher so verschiedene Shots vom Raum, wo wir erstmal so ein bisschen Spannung aufbauen. Und haben wirklich so 30, 40 Sekunden, die nur auf diesen einen Satz, den er spricht, ausgelegt werden. Und da hat Markus von Movie Amps mal ein Video zugemacht. Da hat er, glaube ich, 10, 15 Minuten nur über diese 30 Sekunden geredet. Ist schon gut inszeniert, finde ich. Also ist schon stark gemacht. Es ist sehr gut inszeniert. Es ist, ehrlicherweise sogar haben sie sich ein bisschen zu viel Mühe reingesteckt. Was ich absolut feiere. Aber um einfach nur die Stimme zu erklären, war das schon ein ziemlicher Overkill. Aber ich liebe alles daran. Ja, ich finde es auch cool. Diese Stimme wird ja auch nie wirklich erklärt. Aber das ist auch so eine Stärke des Films. Oder in Anführungszeichen Stärke. Ich glaube, viele sehen es auch als Schwäche. Der traut halt den Zuschauern sehr viel zu. Aber die setzen sich nie hin und sagen, okay, das ist die Schlimme. So funktioniert sie. So setzt du sie ein. Nee, wir sehen einmal, wie es funktioniert. Und dann ist es einfach das Teil des Films und wird immer wieder benutzt. Und ist halt mutig, das so zu machen. Ja. Das ist eine Sache, wo ich sage, ist ein bisschen schade, dass das nicht für alle so zugänglich gemacht wird. Aber da sage ich, ist das noch okay. Also da finde ich andere Dinge, die wenig zugänglich gemacht werden, noch so ein bisschen schlimmer. Ja, genau. Ich glaube, die Stimme, ja, später sage ich einen Satz. Das wird später wichtiger. Ja, jetzt machen wir erst mal weiter mit dem einzig klaren Expositionsmittel, was wir die ganze Zeit zwischendurch haben. Nämlich kommen wir durch diese Logbücher immer so ein bisschen was erklärt. Diese Videobücher da. Ja, diese Logbücher sind, ich weiß ehrlicherweise nicht, von wem die sind. Äh, oder von wem genau, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber Paul Atreides lernt zu Arrakis oder lernt etwas über Arrakis, weil er diesen Planeten in seinen Träumen sieht, weil er den Zendaya-Charakter sieht. Wie heißt die nochmal? Chani. Wie? Chani. Chani, okay, ja. Er sieht Chani, er sieht Spice und er lernt zu diesem Planeten. Und die Lehrstunde oder das, was wir gerade aus dem Logbuch zu hören bekommen, ist eine kurze Lehrstunde über das Spice und wofür das Spice dann eigentlich da ist, dass das zur Navigation gebraucht wird. Ich meine, das ist die Szene, ich hab's jetzt hier nur stumm vor mir laufen und wie gesagt, ich hab's noch einmal jetzt vor kurzem gesehen, den Film, aber das Spice wird gebraucht, um zu navigieren und ohne das Spice würde die komplette Raumfahrt zusammenbrechen. Und ja, das Spice soll jetzt in der nächsten Szene wieder, also die Hakon sind ja weg und das soll jetzt aber wieder gedingstet werden, geerntet werden. Genau. Ja, und dann haben wir jetzt so die erste Großszene, wo wir auch so ein bisschen sehen, dass, ja, da sind schon ganz coole Kostüme und coole Sets im Film dabei, nämlich... Ich muss aber sagen, da fangen die Probleme an. Ja, also ich bin, da ist auch der Punkt, wo ich gesagt hab, da muss ich gleich kurz voraus erklären, weil da checkt man so viel nicht, aber beschreib du mal die Szene. Beschreib du mal die Szene. Also es kommen jetzt Abgesandte vom Imperator an und der Imperator, ich glaub, den können wir einmal kurz besprechen, der Imperator ist so ähnlich wie in Star Wars, man sieht ihn nicht, es wird nur von ihm gesprochen wie in Episode 4. Das ist gut, das macht so ein bisschen Foreshadowing, das macht die Stakes nicht zu groß in dem Film, aber lässt Raum für zukünftige Filme. Perfekt gemacht. Jetzt kommen hier diese Abgesandten vom Imperator und geben der Familie Atreides die Aufgabe, ähm, oder sie unterstellt der Familie Atreides Arrakis und die sollen, ähm, das Spice jetzt ernten für den Imperator und für das Imperium. Weiter musst du machen. Genau, ähm, achso, das war eine Überleitung, ähm, genau, das ist jetzt so eine offizielle Übergabe-Zeremonie, da kommt dann, ähm, ein Abgesandter des Imperators, ähm, Leute von der Mafia-Raumgilde, was ist es gleich, und, äh, die Schwester der Bene Gesserit sind da jetzt dabei und das ist so eine große Zeremonie, da sehen wir dann noch zum ersten Mal, ähm, ähm, Oscar Isaacs Charakter, Lito Atreides, aber das ist der Vater von Paul, ähm, der Duke. Genau, der ist der große Herzog hier und, ähm, genau, wir haben jetzt halt so eine, so eine Übergabe und da sehen wir jetzt so ein paar Sachen und das ist halt krass, dass es nicht erklärt wird und ich kann verstehen, warum es so ein bisschen triggert. Deswegen, ich sag kurz zu jeder Sache einen Satz, ähm, so vielleicht so zum Basic-Verständnis dieser, dieser Dune, dieses Dune-Universums, das spielt ja sozusagen in unserer Welt, in Anführungszeichen, also da gibt's nicht so, also das ist nicht wie in Star Wars, dass man sagt, das ist, äh, krass Science-Fantasy und eine andere Galaxis, das soll unsere Welt sein, also, so zum, zum Verhältnis mal, ähm, es werden teilweise der, der Mann aus Deutschland, 1933 bis 1945, wird sehr, sehr oft als Reference benutzt im Buch, aber der Name wird immer wieder da gesagt und so, ähm, also das spielt in unserer Welt, aber da ist halt was sehr Wichtiges passiert. Das Jahr wurde ja auch vorher eingeblendet, 10.000 irgendwas. Genau, genau und, ähm, was da halt sehr Wichtiges passiert ist, dass es da, ähm, diese 10.000 ist die Zeitrechnung, aber vor 10.000 Jahren gab es, äh, einen KI-Aufstand, also da ist KI halt irgendwann sehr krass geworden in dieser Welt und, äh, die haben dann Aufstand gestartet und dann gab's den sogenannten Butler-Djihad und das war so ein großer Krieg gegen KI und den hat die Menschheit gewonnen unter dieser Führung von diesem Butler-Typen und, ähm, da, das Ganze hat dann dazu geführt, dass KI und so künstliche Intelligenz alles verboten wurde. Deswegen, aber, und das ist so ein Ding, das wird nie im Film gesagt, muss man nicht sagen, aber ist wichtig, um diese ganze Szene zu verstehen, weil du siehst ja einmal im Hintergrund, die ja aus dem Schiff, die Leute, die aus dem Schiff kommen, vom Imperator, hast du ja diese Leute mit den orangenen Helmen. Ja. Und das sind die von der Raumgilde und für diese Leute ist diese Spice so wichtig, weil die sind sozusagen ihr ganzes Leben lang auf Droge einfach und die nehmen immer diese Spice bis zum Abwinken und haben dadurch so krasse kognitive Fähigkeiten, dass sie Raum, äh, Raumfahrten navigieren können, also sozusagen wie Computer funktionieren. Und dann hast du auf der anderen Seite, neben, äh, Pauls Vater, Lito, hast du doch diesen kleinen, etwas dicklichen Mann, den er dann fragt, ähm, wie viel hat das ungefähr gekostet? Und er rollt so seine Augen nach hinten und dann sagt er eine Zahl. Ja. Das sind, ähm, Mentaten, aber das ist sozusagen der Ersatz für künstliche Intelligenz, dass einfach irgendwann Menschen entstanden sind, die so intelligent waren, dass sie dann besondere Ausbildungen bekommen haben und dann als menschliche Computer sozusagen funktionieren. Und zum Beispiel, also das, Mentaten sind das Krasseste, was es da im ganzen Universum gibt und jeder große Herrscher hat so einen Mentaten, weil das so das Krasseste ist und das ist halt so einer. Im Buch zum Beispiel ist auch Paul ein Mentat, das wird dann später auch nochmal wichtig. Ähm, genau. Aber dass man da die, die Basics so ein bisschen versteht und deswegen ist das Spice auch so krank, krank, krank wichtig, weil wenn du diese Spice nicht hast, kannst du dich einfach in der Galaxis nicht bewegen, weil du sozusagen ohne Navi einfach fährst. Ähm, genau, das sind so. Also du hast nicht die kognitiven Fähigkeiten, gewisse Prozesse abzuwickeln. Genau, genau. Also diese Leute von dieser Raumgilde sind halt sowieso schon alles Mentaten und übertrieben schlaue Leute und dann haben die halt nochmal diesen Push durch das Spice. Ähm, genau. Soweit aber erstmal. Die Mentaten sind das die mit diesem schwarzen Ding auf der Unterlippe? Genau, genau. Die werden dadurch markiert. Aber das ist, die werden einfach voll aus dem Film gestrichen. Also die spielen, da gibt es ewig lange Geschichten im Buch zu. Also zu diesem, der Tufi Havertz heißt der Typ ja, der ist übertrieben wichtig, aber der wird einfach ersetzt hier im Film. Also alles, was er im Buch macht, macht Gerni Helek, der Typ nebendran, der Thanos spielt. Macht einfach er alles. Ähm, keine Ahnung, was sie gegen ihn haben. Aber, äh, ja, wird hier irgendwie ersetzt. Ähm, ja, genau. Aber jetzt haben wir halt diese Übergabezeremonie, wo dann Lito seinen Siegel mit dem Ring draufgibt und Arrakis offiziell als Lehen annimmt. Und, ähm, ja. Wir merken so ein bisschen, die Stimmung ist ziemlich schwer. Also, die sind nicht überglücklich darüber, dass sie jetzt Arrakis übernehmen dürfen. Ja, ähm, es, es, da, da, da fängt auch so das eine Problem von mir an. Es, es wird ja später gesagt, dass der Imperator Angst hat vor der Macht der Atreides oder Angst hat vor einem Aufstand der Atreides oder irgendwie sowas. Wir sehen nur nie, warum die Atreides so mächtig sein sollten, dass sie den Imperator challengen könnten, weil die Atreides haben ja später die ganze Zeit Angst vor den Harkonnen. Und wenn du nicht mal die Harkonnen besiegen kannst, wie willst du dann die anderen Clans noch besiegen und wie willst du vor allem den Imperator besiegen? Ähm, ja, wird auch nicht erklärt. Da auch, aber das, diese Galaxis besteht, aber dieses System der Galaxis ist so, dass es halt einmal diesen großen Imperator gibt und der hat diese Saddukar, die hat man ja auch im Film gesehen. Ja. Und diese Saddukar sind, das wird hier nur so ein bisschen gehighlighted, die sind krank, krank. Also es gibt keine stärkeren Krieger. Jeder von denen, das sieht man da auch nicht, lebt wie ein Königsort. Die sind alle übertrieben reich, auch diese Soldaten, weil die so, so krass sind. Ähm, und deswegen hat halt das ganze Imperium Angst vor diesen Saddukar. Aber das Gleichgewicht wird aufrechterhalten, dass es halt diesen Landsrat gibt, der ja auch erwähnt wird. Und wenn sich alle großen Häuser, die in diesem Landrat sind, aber das wäre Hakon, Atreides und noch ein paar andere, wenn die sich zusammen schließen, wären die zusammen genauso stark wie der Imperator mit seinen Saddukar. Und deswegen, das ist so das Gleichgewicht bei diesem ganzen Ding. Und wovor jetzt halt der Imperator Angst hat, ist, dass die Atreides, also vor allem Lito, weil wir merken ja, der Typ ist ziemlich korrekt und gut und gutherzig und ist keiner, der durch Angst herrscht und mehr durch Vertrauen und sowas. Und der ist halt sehr beliebt geworden in diesem Landsrat und jetzt hat der Imperator Angst, dass der, dass der, dass Lito es schafft, diese ganzen großen Häuser hinter sich zu vereinen und so dann vielleicht sagt, ey, okay, reicht vielleicht langsamer, der Imperator wird zu mächtig, wollen wir das nicht fairer aufteilen, wollen wir nicht in den Krieg ziehen, bla bla bla. Und davor hat halt der Imperator Angst und will, macht Lito deswegen dieses Angebot. Und dann ist er sozusagen in der Kacklage. Entweder lehnt der Arrakis ab, dann wirkt er schwach und hat sein ganzes Vertrauen verloren und weiß ich nicht mehr mehr, ob der dann so viel Sagen im Landrat noch hat. Oder er nimmt es an und dafür hassen die Harkonnen ihn halt und dann passiert alles, was hier im Film passiert. Ja, aber das muss er doch mit den Harkonnen absprechen. Was meinst du? Naja, er muss doch zu den Harkonnen gehen und sagen, ey, Leute, der Imperator gibt mir das, damit wir uns untereinander bekriegen. Eigentlich ja, aber, also das ist so ein, warte, brauche ich gerade ein gutes, hätte ich Game of Thrones geguckt, könnte ich jetzt bestimmt eine gute, gute Reference geben. Also die sind so übertrieben. Sowas nennt man Flothole. Nein, nein, ich weiß, Harkonnen und Atreides, aber die sind so übertriebene Feinde. Ja, aber warum hat dann der Imperator Angst, dass die sich unter dem Atreides-Banner verbünden? Ja, geht mehr um die anderen und dann halt Harkonnen müssen mitziehen, weil die anderen so halt so, weißt du, so grob, so in die Richtung. Aber ich verstehe, was du meinst, es wird nicht klar erklärt. Und funktioniert hinten und vorne nicht, das ganze Machtgefüge. Wie, doch, warte mal, doch, das funktioniert schon. Also, die Frage ist halt, die Frage ist halt, da gehe ich mit, ob die Harkonnen sich mit den Atreides zusammenschließen würden. Da gehe ich mit, das ist fragwürdig. Aber, ähm, sonst funktioniert's doch, würde ich sagen. Ja, also, selbst, selbst wenn, also die, ja, wir kommen später noch zu dem ganzen Harkonnen-Atreides da, da gibt's ja noch so ein paar Szenen. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Aquaman, der ein Pilot ist in dieser ganzen, ähm, joa, in diesem ganzen, äh, Dune-Gedöns. Äh, der heißt, äh, Duncan Idaho. Duncan, genau. Und der ist ein Pilot, der auf, ähm, Arrakis, Salakis, schon, äh, viel unterwegs war. Und der, ja, die, die Ureinwohner dort schon so ein bisschen kennengelernt hat und das ausgekundschaftet hat für die Familie Atreides, wenn die dann, äh, mit der ganzen Mannschaft hinüberkommt. Genau, so sieht's aus. Ähm, merken auch noch, dass er halt eine ganz, ganz gute Verbindung zu Paul hat, die, die sind scheinbar Freunde. Ähm, ja, da kommen wir später auch noch zu, weil da hab ich auch noch Gesprächsbedarf. Da bin ich gespannt. Ey, das ist so krass, Mann. Ey, oh, warte, ich bin echt gespannt, was du zur zweiten Hälfte sagst, weil da wird's richtig interessant. Aber okay, erst mal, ähm, ja, Paul will da jetzt mit nach, äh, Arrakis schon, weil er eine Vision hatte, dass er einen Traum hatte, dass, äh, Duncan da vielleicht ums Leben kommen könnte, aber Duncan sagt, nee, Bro, tatsächlich nicht, äh, du bleibst hier, du sollst hier, ähm, dein Ding machen. Ja. Dann haben wir, wir haben ein, ein, ein recht interessantes Gespräch mit, äh, dem Duke Oscar Isaac, äh, Duke Lea to Atreides und, ähm, Paul Atreides auf dem Friedhof ihrer Vorfahren, glaube ich, soll das sein, und, ähm, da, da frage ich mich auch, dieser Friedhof ist komisch gestaltet, also, die, die Särge sind komplett random verteilt, komplett das Durcheinander ist dort und sind Wind und Wetter ausgesetzt auf einem Planeten, wo wir sehen, dort ist viel Wind und Wetter. Also, warum sie da nicht irgendwie ein besseres Bauwerk oder eine bessere Anlage dafür haben, ja, aber okay, ähm, der, der Sohn Paul Atreides geht jetzt zu seinem Vater und bittet darum, dass er mitkommen darf nach Arrakis und der Vater ist davon nicht so begeistert, sage ich jetzt mal, oder, oder, äh, möchte nicht, dass sein Sohn so große Aufgaben übernimmt. Und der Sohn sagt dann, ja, hier, Großvater hat aus Spaß gegen Bullen gekämpft und, und der, der Vater antwortet nur darauf, ja, und schau, wo es ihn hingebracht hat, nämlich unter die Erde. Ähm, Paul möchte anscheinend mehr Aufgaben übernehmen und, ähm, ja, ich weiß nicht, also, wir haben auch so ein kleines Gespräch, dass er eventuell gar nicht, äh, der, 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 der Thronfolger des Haus Atreides sein möchte und sein Vater zeigt ihm dann hier, ja, ich, ich wollte Pilot werden, aber mein Vater hat dann gesagt, ich soll, äh, ich soll das werden, der, 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 das Oberhaupt, der Herzog der Atreides und, ähm, als großer Anführer wird man, äh, oder einen großen Anführer erkennt man daran, dass er es nicht sein möchte, sondern dass er dazu berufen wird und, ähm, der Vater hat sich damals dazu entschieden, dem zu folgen und der Anführer zu werden und er sagt seinem Sohn auch ganz klar, er hofft, dass er es macht, aber, ähm, wenn er das nicht möchte, muss er auch nicht. Genau. Ähm, hast du das Cinema Therapy Video dazu gesehen, zu dem Dialog? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ja, es ist ein cooles, cooles Video, äh, aber da geht's, wird eigentlich auch nochmal nur festgestellt, Lito ist eigentlich der einzige Typ in dieser ganzen Filmreihe, der korrekt ist oder so, also, der ein guter Vater ist und irgendwie so ein, so ein halbwegs guter Mensch ist, weil, äh, ist ja so ein, so ein schöner Dialog, den man so mit seinem Sohn führt, zu sagen, ja, ey, egal was du machst, das Wichtigste ist, du bist mein Sohn und das, das ist, ah, bist du sowieso. Ähm, ja, das ist vor allem wichtig, wenn wir das später vergleichen mit dem, was die Mutter mit Paul so macht. Ja, ich glaube aber auch, ähm, also, dass er der Einzige ist, der korrekt wirkt, liegt daran, dass er als eigenständiger Charakter darin steht. Ähm, ich glaube, das kann ich jetzt mal ansprechen, wir bekommen ja dann den, äh, Personal Trainer von, ähm, den persönlichen Trainer von Paul vorgestellt und eben diesen Piloten. Und beide definieren sich nicht als eigene Charaktere, sondern über Paul oder über... Bist du wieder da? Hallo, ja, was, wie, du warst auch mal weg? Äh, keine Ahnung, äh, ich, ich hab die ganze Zeit geredet, ich hab gar nicht bemerkt, dass du weg warst, ich hab nur irgendwann gehört, dass du rausgegangen bist. Aber, was ich gesagt habe, beide, der, der persönliche Trainer und der Pilot definieren sich nicht selbst als eigene Charaktere, sondern sie definieren sich über Paul. Es wird uns nur gezeigt, ach ja, der eine ist Pilot, der andere ist sein Trainer und die haben eine gute Beziehung zu Paul, aber wer diese beiden als Charaktere sind, wissen wir nicht. Und wir wissen, was mit den beiden Charakteren im Verlauf des Films passiert, die entwickeln sich auch nicht. Und das ist wahrscheinlich das Ding, warum der, der Duke hier wie ein eigenständiger, nachvollziehbarer, netter Charakter wirkt und die anderen eben nicht. Weil die anderen keine Charaktere sind. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Also, ja gut. Im Film zumindest, das Buch ist eine andere Geschichte. Ähm, Duncan hat halt sehr wenig Screentime auch einfach. Aber der ist ja meistens, wenn er dann da ist, meistens so im Hintergrund da oder so. Ähm, ich, ich, warte, ich frag mal so, findest du, hast du das Gefühl, dass Duncan ein wichtiger Charakter ist oder dass der irgendwie cool ist oder besonders ist? Ja, schon, aber es ist zu wenig. Ja, also, das ist auch so ein Ding, das wird krass noch dann. Also, ich bin gespannt, im dritten Teil, das wird krass. Also, ich spoil aber auch mal nix. Ähm, nee, also, ich verstehe, was du meinst. Duncan ist halt sehr im Hintergrund die ganze Zeit aktiv. Ich finde, bei ihm ist es mir auch relativ egal. Weil, also, für mich war der nie mehr als einfach so ein, so ein relativ cooler Side-Character, der einfach so funktioniert. Ähm, bei, bei Gurney, den hast du jetzt wahrscheinlich mit Trainer gemeint. Auch den, das sehen wir jetzt, haben wir jetzt die Szene. Ähm, da wird, werden ja nur Andeutungen gemacht. Also, er sagt ja zum Beispiel diese, er kennt die Harkonnen wirklich. Und er hat scheinbar eine Vergangenheit. Der hat ja auch diese Narbe im Gesicht. Ähm, also, Backstory ist da, dass der lange von Harkonnen gefoltert wurde. Seine ganze Familie wurde von diesem Raban, den wir ja hier auch im Laufe des Films sehen. Ähm, seine ganze Familie wurde von dem geuft. Und deswegen hasst er so die Harkonnen so sehr wie kein anderer. Ähm, hören wir nicht wirklich hier. Aber hören wir noch in den Filmen. Nur noch nicht hier. Also, zweiter Teil dann. Ja. Da bekommt er dann ein bisschen mehr. Ähm. Ja, trotzdem wirken beide im ersten Film nicht wie Charaktere, sondern wie, Plot-Devices von Paul. Boah, das ist hart. Also, ja, sie werden halt nicht als komplett eigene Charaktere aufgebaut. Es ist hart, aber fair. Ich finde, ihre Beziehung zu Paul funktioniert halt sehr gut. Aber sie sind nicht komplett eigenständig. Das stimmt. Da, da geh ich mit. Ja, es funktioniert für den Film auch bis zu einem gewissen Grad. Es funktioniert für Paul gut. Nur die Charaktere sind unterentwickelt. Und deswegen kannst du nicht davon sprechen, dass, also, dass sie dieses Niveau von einem Duke erreichen. Ja, ja. Hast du recht. Aber ich sag sogar was. Ich glaube, das ist sogar die richtige Entscheidung. Weil dieser Film ist so übertrieben voll, da musstest du streichen. Und das war nie eine Sache, die mich gestört hat. Dass die beiden nicht komplett als eigene Figuren aufgebaut werden. Deswegen glaube ich, so schlecht ist es nicht mehr. Ich bin gespannt auf die nächsten beiden Teile. Ich glaube aber, es hätte dem Ganzen gut getan, wenn sie zumindest ein bisschen mehr Interaktion bekommen hätten. Es ist so ein bisschen dieses Legolas, Gimli, Boromir-Ding. Legolas und Gimli waren im ersten Teil auch noch nicht so etabliert. Die hatten dann aber in Teil 2 und 3 eine Chance. Boromir war als Charakter aber ziemlich etabliert. Und zwar, weil Boromir ganz klar hatte Stärken, Schwächen, Challenges, Motivation. Du konntest ihm zu jedem etwas zuordnen. Bei den Charakteren hier fällt mir das schwer. Ja, kann ich 100% verstehen. Verstehe ich. Du musst mir auch erklären, also wir haben ja jetzt hier eine Szene, wo Gurney Halleck, der Trainer oder der Leibwächter von ihm, der Paul ausbildet im Kampf, mit ihm kämpfen trainiert. Und die haben da solche Schilde. Bitte erklär mir die Regeln von diesen Schilden. Wann werden die durchbrochen und wann nicht? Diese Schilde sind, das ist krank, krank kompliziert. Das habe ich auch richtig lang gebraucht. Guck mal, diese Schilde sind wichtig. Also die haben diese Schilde ja. Und erstmal werden die uns hier jetzt im Nahkampf erklärt. Also wir sehen ja, scheinbar wird in dieser Welt mit Messern gekämpft. Und die kämpfen jetzt hier. Und diese Schilde sind dafür da, dass du keine, also wenn wir jetzt in Real Life kämpfen würden mit Messern, würden wir jetzt zum Beispiel, wenn wir freie Bahn haben, einen Schlag durchziehen. So weißt du, einfach ausholen weit und dann einmal hart durchziehen. Und dann wäre das halt ein Knockout. Da ist es aber, deswegen sehen wir, die kämpfen ja immer sehr mit angezogenen Händen und sowas und sehr mit so kleinen Bewegungen. Du musst halt, das sagt ja auch, mit diesen langsamen Bewegungen durchgehen. Und häufig, wenn du so darauf achtest, ist es dann so, dass die irgendwie eine schnelle Bewegung machen, aber vorher dann so abbremsen und langsam das sozusagen reinführen. Das hört sich voll falsch an. Aber so, du weißt, was ich weiter. Das sind so die groben Regeln beim Nahkampf. Ist die Frage, ob das immer bei den Choreografien so eingehalten wird. Nein. Aber so grob ist das die Regel. Also Schusswaffen und Explosionen können dem nichts anhaben. Wenn ich aber langsam mit einem Messer durchgehe, dann kann ich dich rufen. Genau. Das wird so erklärt durch die Dichte irgendwie von den Dingern. Weil, und das ist das Komplizierte, wir sehen doch später, sehen wir doch diese, das sehen wir einmal bei der Luftverfolgung, wo Duncan in so einem Flieger fliegt. Ja. Und einmal, wo die diese Tür durchschneiden. Haben die doch, weißt du, diese dünnen Laserstrahlen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und das ist so, das ist der Gegenpart zu diesen Schilden. Weil, wenn du, deswegen sind, werden keine Schusswaffen mehr benutzt. Weil wenn du mit diesem Ding, mit diesem Laserstrahl, auf so ein Schild schießt, hast du so eine halbe Atomexplosion. Das ist so das, das Krass, das Komplizierte eigentlich bei diesen Schilden. Und deswegen sind diese Schilde, werden nur nicht immer eingesetzt oder werden nur in ausgewählten Situationen eingesetzt. Genauso wie diese Laserguns. Und das war so eigentlich voll des, äh, voll des Kriegsverbrechen, dass sie diese Tür mit diesem Ding aufgeschnitten haben da, weil die nicht wissen, ob einer ein Schild da drin hat, so. Also, deswegen sage ich, diese Schilde sind so ein bisschen kompliziert. Aber ist nicht so wichtig für den Film, deswegen lassen wir das. Also prinzipiell Droideka mit eingebauter Selbstverstörung. So, so ziemlich, ja. Mit, mit chemischer Reaktion und Explosion, genau. Okay. Ja, wir kommen jetzt auf den Planeten der Arschlöcher. Genau. Das darfst du machen. Das darf ich machen. Ich mag die Harkonnen nicht. Sie seht, es ist so ein bisschen, also, du hast auf der einen Seite die Harkonnen und auf der anderen Seite hast du die, ähm, die Bene Gesseret. Und beide sind für mich so ein bisschen wie Dolores Umbridge. Ich hasse sie, aber es ist wichtig für den Film, dass ich sie hasse. Ja. Also, wir schneiden jetzt, wir schneiden da jetzt rüber. Und wir sehen zum ersten Mal Gidi Primus, den, den Planeten von den Harkonnen. Ich bin, ey, ich bin so gespannt, was du zum Planeten in Teil 2 sagst. Aber, aber okay. Ähm, genau. Aber da, da, da sehen wir jetzt auch zum ersten Mal so richtig Raban, das Monster, das Biest Raban, ähm, das da reinkommt. Ähm, und wir sehen den Baron Wladimir Harkonnen. Ähm, der ist da gerade sowas ähnliches wie einem Dampfbad oder einer Sauna oder sowas. Und, ähm, da bekommen wir jetzt mal wieder den Teaser. Raban sagt, ja, Arakis wurde geräumt. Wir, wir sind jetzt bereit, alles ist, alles ist leer von uns und will dann gehen. Aber Raban ist halt sehr unbeherrscht und sagt dann, Onkel, es kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass wir da jetzt, äh, alles, alles einfach sein lassen und den Atlet ist alles überlassen. Und, ähm, da bekommen wir den Teaser auf den Imperator. Und dann sagt halt Wladimir Harkonnen, ja, der Imperator ist ein eifersüchtiger Mann. Ähm, Wladimir ist ein Geschenk, kein Geschenk, bla bla bla. Ähm, also wir bekommen den Teaser. Da ist alles nicht so lustig und cool. Das ist nicht so eine entspannte Übergabe. Da scheint was im Hintergrund abzulaufen. Ja. Ja. Also, aber die Harkonnen müssten dadurch merken, dass der Imperator sie gegeneinander ausspielt. Weil die Gefahr ist ja, also wenn du sagst, der, der Atreides ist so mächtig und so beliebt, ist doch die Gefahr, dass wenn die Harkonnen da einmal angreifen, dass alle anderen die Harkonnen hassen. Genau. Und deswegen, das ist ja, das ist ja dieser ganze Komplott, den die da machen. Also, die Harkonnen sind ja verbündet in dem Fall mit dem Imperator. Also, diese ganze Übergabe ist ja abgesprochen. Weißt du? Wirst du aber nicht gesagt. Ja, man checkt's nicht direkt. Aber wir sehen dann ja gleich, dass der Imperator drei Bataillonen an Saddukar rübergibt. Ja. Und das ist so der Komplott, dass sie sagen, das ist jetzt für uns beide die Chance. Aber der Imperator ist eifersüchtig auf die Atreides und die Harkonnen mögen die sowieso nicht. Das ist jetzt für uns die Chance, uns zusammenzutun und die Atreides ein für alle Mal auszulöschen. Und dann einfach zu sagen, ja okay, das war einfach ein Krieg unter den großen Häusern. Und das ist wiederum erlaubt. Also, das checkt man auch nicht. Aber das ist so, so Machtkämpfe unter den großen Häusern ist erlaubt. Es wird immer erst kritisch, wenn die Saddukar eingreifen. Weil dann sagt man, der Imperator hat sein Gebiet, der darf hier nicht rein. Der darf in unsere Machtkämpfe nicht eingreifen. Deswegen wird dieses mit den Saddukar auch so geheim gehalten. Wird auch in Teil 2 nochmal wichtig. Ah ja. Also, es ist, denke ich, das ist so kompliziert. Aber, aber ja. Ja, das sind die Dinge, warum diese Filmreihe, weil du sagst ja, dass diese Filmreihe hat das Potenzial, das neue Herr der Ringe zu werden, das neue Star Wars zu werden. Dieses große Franchise der 2020er, 2030er. Und ich muss sagen, das ist der Punkt, warum ich das einfach nicht sehe. Ich kann es 100 Prozent verstehen. Und also, ich glaube auf keinen Fall, dass es in der Größe so werden kann, wie Herr der Ringe oder Star Wars, weil es viel zu komplex und kompliziert ist. Bei mir war immer das Ding, ich habe das irgendwie geschafft, diesen ersten Teil, selbst als ich ihn noch nicht so verstanden habe, einfach nur als das zu sehen, was es ist. Und das nicht zu sehr zu hinterfragen alles. Und wenn ich Fragen hatte, das mehr als so cool, ich kann noch mehr entdecken und weniger als kacke, es stört mich zu sehen. Aber ich kann 100 Prozent verstehen, wenn man sagt, ey, das nervt mich. Es stört mich nicht, aber meine Aufgabe ist es, in diesem Format die Dinge objektiv zu bewerten. Und objektiv sind das einfach Dinge, die entweder den Leuten Bock auf mehr machen oder, was bei den meisten Goldfischgehirnen passieren wird, wo sie abschalten. Ja, das ist das Problem. Aber ich finde, es ist immer wieder auch genug da, dass du halt eben Bock auf mehr bekommst. Weil aus diesem Satz von Baron Harkon kannst du das ja so ein bisschen schließen. Weil, also wir checken ja, okay, da gab es eine Verbindung zwischen Imperator Harkon. Die greifen da zusammen an. Also so ein bisschen verstehen wir es ja. Aber du hast recht, die kompletten Hintergründe nicht. Das stimmt. Und jetzt, ja, wir sehen, da hätte ich auch noch eine Frage dazu. Diese riesengroßen Schiffe mit dieser riesengroßen Öffnung, die aussehen wie ein Wal. Wie funktionieren die? Sind das so die Homebase-Schiffe oder was ist das? Das sind diese Mafia-Raumgilde-Schiffe. Die werden halt nur von dieser Raumgilde kontrolliert und mit denen macht man diese interstellaren, langen Reisen. Okay, und die Häuser sind alle auf diese Raumgilde angewiesen, wenn sie irgendwo hin möchten mit viel Material. Genau, genau. Das heißt, die Gilde ist auch dabei, bei dem später was passiert. Genau, diese Gilde ist bei, die wird zum Glück nicht thematisiert in den Filmen, weil das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die ist da auch immer dabei und die ist vor allem übertrieben teuer. Deswegen sagt er noch am Ende vom Film, ich brauche jetzt Geld, weil dieses Truppentransportieren und so ist halt übertrieben teuer. Ah ja. Ja. Okay. Ja, jetzt sehen wir mal die Bene Gesseritze. Ja, die größeren Arschlöcher. Genau. War Überleitung an dich jetzt, ne? Es war eine Überleitung an mich, aber ich weigere mich einfach, das zu machen. Okay, stark. Also, ich sag's mal ganz ehrlich, ich mag die nicht. Es sind ja also in diesem ganzen Universum, wir haben bisher nur asoziale Leute kennengelernt. Das ist das Ding. Da gibt es einfach keine Sympathischen. Und vor allem, jetzt haben wir ja noch einen halb Sympathischen mit drin, mit unseren Protagonisten. Aber das ändert sich auch noch. Ja, nehmen wir ein bisschen Tempo auf. Also, Bene Gesseritze sind jetzt da, wir bekommen episches Theme, epische Einführung. Und da steppen jetzt so ein paar Nonnen in das Gebäude, in den Palast of Caladan. Paul wird nachts wachgemacht von seiner Mutter und soll scheinbar eine Prüfung machen. Nämlich soll er zur ehrwürdigen Mutter Gaius Helen Moyan. Ähm, davor wird er noch vom Doktor des Hauses, von ähm, Dr. Yue überprüft. Äh, das wird hier auch so ein bisschen, der wird hier so ein bisschen schnell abgefertigt im Film. Hat auch eigentlich voll die Backstory, aber der ist jetzt auf jeden Fall da. Und checkt kurz ab, Paul geht's gut. Scheinbar sind er und die Familie auch so leicht befreundet. Paul geht jetzt aber rein zur ähm, großen Mutter. Und wir checken schon, da wird auf einmal ein ganz anderer Wind. Also Jessica, die ja eigentlich die Konkubine des Herzogs ist und so die zweit- oder drittgrößte Kraft auf diesem Planeten, ist auf einmal eine kleine Schülerin, die einfach weggeschickt wird. Und die Mutter nutzt auch sofort die Stimme gegen den Thronfolger von dem Palast, in dem sie gerade sitzt. Also die juckt überhaupt nichts. Paul kniet auch sofort von ihr, äh, vor ihr. Und wir merken, die scheint ziemlich mächtig zu sein. Ähm. Und dann kommen wir zu einer der, der ikonischsten oder, oder markantesten Szene dieser, dieses Films oder dieser ganzen Reihe. Nämlich zum Gom Jabba. Ähm. Paul steckt jetzt seine Hand in so eine kleine Kiste, die, die neben der Mutter steht. Und, ähm, sofort holt sie eine vergiftete Nadel raus, den Gom Jabba, und hält den an den Hals von Paul. Und, äh, ja, der Test ist jetzt, da kommt jetzt Schmerz in der Kiste. Also die, die, da ist Schmerz drin. Seine Hand wird jetzt schmerzen. Oder sein ganzer Körper wird schmerzen. Er darf seine Hand aber nicht rausziehen. Sonst wird, sonst wird sie diese vergiftete Nadel in seinen Hals pieksen und er uft. Das ist, ähm, die Szene. Und die Szene ist krass, finde ich. Also, erzähl mal, was, was hältst du davon? Ähm, es hat ein bisschen was von Dolores Umbridge mit dieser Blutfeder. Ähm, das ganze Setting wirkt krass, aber ich krieg nur noch mehr einen Hass auf diese Bene Gesserit, weil diese, diese ganze Prüfung ist ja saudämlich. Ist es nicht gut, wenn er seine Hand rauszieht, wenn er Schmerzen hat, weil sonst greift er irgendwann auf den Herd und, äh, und zieht die Hand nicht weg? Nee, das ist ja gerade das, was die da, was die da nicht dürfen. Also, die, die, da geht's ja darum, dass du deine, deine, deine Fluchtreflexe und deine Emotionen unter Kontrolle hast und halt, wenn's nötig ist, sozusagen einen fürs Team nimmst und uffst. Weil, also, guck mal, da auch Background. Ja, aber das, das teste ich doch anders und nicht so. Ja, das ist halt deren System, Mann. Was soll man dazu sagen? Das ist deren, das ist deren System, dass du halt so die, die Kontrolle checkst, die jemand über sich selbst hat und halt auch gleichzeitig, wie viel, wie viel er aushalten kann und, ähm, aber das ist auch so ein, so ein System, um Leute zu konditionieren. Also, im Laufe der Geschichte denkt er dann, also im Buch denkt er dann immer wieder daran und hat so zum Beispiel Angst, gegen die Bene Gesserit was zu machen, weil dann guckt er immer so auf seine Hand und ist so, boah, das können die mit mir machen, vielleicht lieber nicht und so. Und deswegen muss es halt jede Schüler, äh, jede Schülerin von denen halt immer machen. Das soll das System, weißt du? Ey, wenn Imelda, wenn Imelda Storton, die, die Schauspielerin von Dolores Umbridge nicht irgendwann nochmal eine von denen spielt, dann bin ich enttäuscht. Aber ey, sei ehrlich, rein von der Inszenierung ist es krass. Ja, 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 nein, nee, ich sag ja nicht, dass die Szene, dass die Szene schlecht ist, aber, aber die, die, äh, es, ich hab ja schon gesagt, es ist wie Dolores Umbridge, es ist gut, dass ich sie hasse, aber ich hasse sie. Ja, ja, das musst du sowieso, also, also ja, 100 Prozent. Die, es gibt wahrscheinlich fast keine Figur in diesem Film, die du mehr hassen sollst als sie. Die ist wirklich ganz, ganz, ganz krass. Genau, und vor allem halt diese Mutter, die da jetzt sitzt, die ist, aber glaub mir, all das wird noch seinen Payoff am Ende haben. So, du bekommst diesen belohnenden Dolores Moment bekommst du. Ich, ich gehe ja davon aus, aber uns wird ja hier jetzt erzählt, dass die Bene Gesserit unabhängig vom Imperator, ähm, handeln, aber auch ihre eigenen Ziele haben. Und die Frage ist so ein bisschen, was die Ziele sind, wird uns hier alles nicht erklärt, aber, ähm, wir kommen später noch zu einer Sache, die die Bene Gesserit so tun. Ähm, wir haben hier jetzt Paul, der diese, diese Prüfung besteht, und, äh, die Mutter, die so ein bisschen angekackt wird von den, von den Bene Gesserit da, für, dass sie ihn, äh, unterrichtet hat, und dass sie die Stimme an einen Mann verschwendet hat, oder so. Mhm. Übrigens auch die, 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 diese, diese, ähm, diese Olle hier, die, äh, Reverend Mother Mohayim, äh, die, die wollte ja auch wissen, was er so träumt, aber irgendwie spielt das keine Rolle, also sie weiß, er träumt von Arrakis, und er träumt von dieser einen, äh, Zendaya-Dame, von, äh, Chani. Sie weiß aber nicht, wer Chani ist, äh, sie hört nur irgendein, irgendein Mädchen, von dem er träumt, und Arrakis. Und mehr fragt die auch nicht nach. Und wir bekommen keinen Aufschluss darüber, warum sie den Quatsch wissen wollte. Ist auch gut, dass wir den Aufschluss nicht bekommen, aber sie juckt sich ja anscheinend nicht mal dafür. Doch, doch, doch. Also, also, ähm, warte. Okay, lass uns kurz überlegen, wie ich das Spoiler frei mache. Nee, 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 dann, dann sag gar nichts dazu. Dann, dann sag gar nichts dazu. Dann ich werde es noch rausfinden. Ja, nee, oder? Ja, nee, ich sag nix. Wird ja gleich sogar halb erklärt. Ja. 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 Ich sag nix. Ja. Ähm. Genau. Dann haben wir jetzt am Ende nur noch kurz, dass, ähm, dass Paul das Ganze mitkriegt und merkt, äh, oh scheiße, bin ich vielleicht der eine, hat meine Mutter mich nur deswegen geboren, ähm, es scheint ein großer Plan hinter all dem zu stecken. Der eine für was ist die Frage? Genau, das ist jetzt das Ding. Du hast gerade gefragt, was der Plan der Bene Gesserit ist. Alles bei denen läuft darauf hinaus, diesen Quisatz Haderach zu erschaffen. Und, ähm, deren System ist eigentlich, es dürfen nur Frauen aufgenommen werden, weil diese Frauen, ähm, die, die bekommen dann dieses Training und sowas und nehmen dann auch irgendwann das Spice und nehmen noch was anderes, was so eine Weiterentwicklung des Spices, das sehen wir auch noch im nächsten Film, ähm, und dann können die, haben die Visionen und können Wege sehen, aber deren Wege haben eine gewisse Grenze. Die können, deren Wege beschränken sich auf so Wege, die Frauen sehen können in der, in der Geschichte. Und die können halt so Perspektiven von vergangenen Müttern nehmen, deren Wissen, aber die sind so, die können Zeit manipulieren sozusagen. Und haben halt auch diese Visionen. Und bei denen läuft also das alles sozusagen riesiges Zuchtprogramm, was darauf hinausläuft, diesen, diesen einen perfekten Jungen zu erschaffen, der dann, äh, der Kwisatz Haderach wird und halt, ähm, der, der, der große Messias und der, der kann dann alles sehen. Aber der kann dann, äh, die Zeit in seinem Kopf manipulieren, wie er will. Und der nimmt die Zeit dann auch nicht mehr richtig linear wahr, sondern sieht halt viele Wege, die er gehen kann. Ähm, so ziemlich alles, was Paul hier schon im Ansatz macht. Und der eigentliche Plan war, dass sie hier eine Tochter bekommt, also dass sie mit Literatree, dass eine Tochter bekommt. Und diese Tochter soll dann mit dem Neffen von Baron Harkonnen den Kwisatz Haderach gebären. Aber die beiden kommen dann zusammen und dann kommt der Kwisatz Haderach raus. Aber die sind sozusagen eine Generation zu früh hier dran. Und das halt, weil Jessica so, in Anführungszeichen, gierig war und, ähm, selbst den, den Kwisatz Haderach gebären wollte. Und halt ihrem Mann einen Sohn schenken wollte. Das ist so der Background. Also, finde ich eine gute Entscheidung, weil diesen einen Harkonnen sollte man keiner da mehr antun müssen. Ja. Obwohl, der Typ sieht sogar ein bisschen fresh aus. Den sieht man ja noch. Der sieht sogar ein bisschen fresh aus dann. Also, für mich sieht er so aus wie, wie heißt der eine aus, aus, ähm, Guardians of the Galaxy. Äh, nein, nicht er. Nicht er, Mann. Ja, das ist der gleiche Schauspieler. Äh, Drex aus gar jetzt auf die Galaxy. Ja, ja. Er sieht eins zu eins so aus. Also nicht, weil es derselbe Schauspieler ist, sondern weil es dasselbe Make-up ist. Nein, war nicht der. Sein kleiner Bruder. Ach so, okay. Den hatten wir ja auch nicht gesehen. Okay. Äh, ey. Trotzdem, du kannst die Familie Harkonnen niemandem antun. Das, äh, das stimmt schon. Das sind schlechte Gene von dem, was ich bisher gesehen habe. Ja. Ähm. Okay. Nehmen wir wieder kurz ein bisschen Tempo auf. Wir haben ein bisschen nonverbales Storytelling. Uns wird gezeigt, Paul mag seinen Heimatplaneten, verlässt den jetzt. Blablabla. Ja, wir haben aber, also wir haben noch dieses Ende Gespräch mit Paul und seiner Mutter. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Weil mich hat es extrem genervt. Ich musste, also ich habe das ohne Kopfhörer gesehen, auf Englisch, auf dem Original. Und es war so leise, ich musste die Kopfhörer aktivieren, damit ich das lauter direkt in die Ohren bekomme, weil ich es teilweise nicht gehört habe. Das ist laut, das stimmt. Weil die sprechen da mitten im Sturm und sowas. Das ist, ja. Also ich finde das Sound, den Soundmix in dieser Szene einfach dämlich. Und warum können die nicht normal sprechen? Warum wispern die alles so? Äh, in der Synchro geht's. Also im Original stimmt, aber es ist ein bisschen schwer. Ja. Da hast du recht. Ja, dann erzähl mal, wie läuft die Ankunft auf Herakes ab? Ähm, die Ankunft auf Herakes läuft so ab, dass dort jetzt die ganze Mannschaft der Familie Atreides ankommt. Und auch die, die Herzogenfamilie der Atreides. Und dort die Bewohner der Hauptstadt von Herakes anscheinend, oder einer großen Stadt von Herakes sind, ähm, die dieses ganze Militär und die ganze Familie Atreides willkommen heißen. Und es wird uns auch gesagt, ja, macht euch nicht zu viel draus. Das machen sie bei jedem. Das ist so deren, äh, Kultur, deren Freundlichkeit, dass sie jeden Gast so willkommen heißen. Aber, ähm, Paul sehen sie als diesen Messias an, den du, wo du gerade den, den, äh, Namen gesagt hast. Und da wird uns auch gesagt, die Bene Gesserit haben ganze Arbeit geleistet. Das heißt, die Bene Gesserit haben das, haben die Bevölkerung von Herakes darauf vorbereitet und denen versucht einzureden, dass Paul der Messias ist und was auch immer der tun soll. Die Ureinwohner von Herakes, so habe ich das aber verstanden, glauben, dass das ihr Gott ist oder ihr Messias und haben da nochmal so eine eigene Interpretation von dem, der sie befreien soll oder irgendwie so. Ähm, ja. Und die gehen jetzt mehr oder weniger nur durch die Sonne in den Palast. Das ist eine coole Szene. Genau. Äh, zwei Sachen. Einmal, ähm, die Musik ist hier, also, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe, um einmal kurz einfach ans Zimmer zu loben. Das ist krank. Musik ist banger. Also, Musik ist banger. Dieser, und, also, man hört ja Atreides, griechischer Ursprung, aber das sind so Griechen. Und Doodle sagt, man denkt irig, aber ist nicht mal so, ähm, schottisch meine ich doch. Stimmt. Das war auch so ein What-the-fuck-Moment, wo ich mir dachte so, hä, warum ist da jetzt ein Dudelsack? Denkt man, aber der, also, ich will jetzt nicht den Dudelsack griechisch beanspruchen, aber so historisch, der erste Dudelsack kam sehr wahrscheinlich aus Griechenland. Oder kein Dudelsack, aber das ist so eine Sackpfeife, die man in Griechenland gespielt hat. Und deswegen ist so in antik-griechischer Musik auch häufig so ein Dudelsack-Sound mit drin. Ähm, ja. Gibt coole Interviews. Ja, gut, so einen Schafsmagen aufzupumpen, das werden die Griechen wahrscheinlich als erste Schafszüchter in Europa zuerst gemacht haben. Das, äh, glaube ich. Aber trotzdem, what the fuck, warum ist da ein Dudelsack? Aber ey, das hört sich wirklich krass an. Ähm, genau. Und kurz nochmal zur Erklärung, also, dass diese, diese ganzen Namen, die Paul hier immer hat, das hat einen Grund, dass es andere Namen sind, weil es alles andere Dinger sind. Also, das, woran die, ähm, Fremen jetzt glauben auf Arrakis, hat nichts mit dem Kwisatz Haderach zu tun. Aber das ist eine ganz andere Sache. Aber das ist einfach so deren religiöser Glauben. Und dieser Kwisatz Haderach ist so das von dem Bene Gesserit. Also, so eigentlich nicht verknüpft. Äh, wie nennen das die, die, äh, Typen von Arrakis nochmal? Ähm, entweder Lisan Al-Gaib, Stimme der Außenwelt. Oder die nennen es dann auch später immer wieder Mardi. Also, Messias-mäßig so. Okay. Aber die glauben trotzdem, dass er das ist und das haben denen die Bene Gesserit eingeredet. Genau. Das ist dieses mit dem, mit dem, die können Zeiten überbrücken. Die haben das alles schon vorausgesehen vor hunderten Jahren und haben da diese, diesen, so, so, ähm, Legenden gesät. Ähm, aber es wird nie wirklich aufgelöst, ob das jetzt alles nur Aberglaube der Bene Gesserit ist oder ob er es wirklich sein könnte oder das alles so, so eine wahre, wahre Legende ist. So, das ist so ein bisschen unklar, so. Ähm, ja. Also, die Bene Gesserit bereiten auch den Weg für gewisse Aufgaben lange, lange im Vorhinein für die, ähm, Familien und haben hier eben das, die Bevölkerung auf die Seite der Atreides gebracht. Genau. Ähm, ja. Dann wird ein bisschen geflogen und, äh, wir bekommen jetzt immer mal wieder. Diese Schiffe finde ich cool tatsächlich. Die sind cool. Die sind echt cool. Äh, die sind, glaube ich, äh, physikalisch übertrieben nicht korrekt, aber die sind cool. Ähm, die, da, da gibt's so ein, so ein Dings von Neil deGrasse Tyson. Es würde, glaube ich, gehen, aber nicht mit solchen Maschinen. Von Fans, warum man sich drüber aufregt. Aber, äh, ja, auf jeden Fall, die sind echt cool. Ähm, ja, wir bekommen jetzt mal wieder so zwischendurch ein bisschen was über Arrakis erklärt. Das wird hier schon unglaublich gekürzt. Also, es ist halt sehr viel, was wir hier erfahren. Also, Schildwall, es gibt halt diese, diese Würmer. Der Schildwall schützt vor Würmern. Bla, bla, bla. Ist alles nicht so wichtig. Ähm, sprechen wir an, wenn's für den Plot wirklich nötig ist. Ähm, ja. Genau. Ich muss aber sagen, wir bekommen hier jetzt, wir bekommen hier jetzt diese Flüge über diese Stadt, diese Einführung und alles. Ich find's schade, dass wir nie in die Stadt selbst hineingehen, weil so einen Marktplatz von den, äh, von Arrakis zu sehen, wäre vielleicht interessant gewesen. Aber, das ist ziemlich genau das, was sie in Avatar auch gemacht haben, als sie über Pandora geflogen sind. Und dann immer so stückweise mit diesen Flügen über Pandora die, die Informationen reingespielt haben. Genau. Es ist eigentlich eins zu eins dasselbe und es ist gut gemacht. Sehr, sehr gut. 100 Prozent. Und das ist tatsächlich die einzige Sache, wo ich sage, die hat mich persönlich richtig, richtig gestört, dass einfach wir nie die, die, die Stadt von, also Arrakis, diese Stadt hier wirklich sehen. Weil, also diese, das ist ja alles so ein bisschen arabisch angehaucht, so von der arabischen Kultur. Und diese Städte würden so cool aussehen und die werden auch so cool beschrieben. Ich verstehe nicht, warum man das nicht mal kurz macht. Aber gut, wahrscheinlich Pacing halt auch wieder. Ja, Pacing weiß ich nicht. Also du hättest ja nur drüberfliegen müssen und dann einfach nur mal durchgehen müssen oder so. Das hättest du mit 20 Sekunden mehr Screentime eigentlich erledigen können. Eigentlich schon, ja. Ja. Wir hören dann aber auch, also wir sehen dann auch, sie stehen auf so einem Balkon und schauen den Mond an. Da ist so eine Formation auf dem Mond, die den Namen, die Hand Gottes oder so hat von den Ureinwohnern von Arrakis. Und, ja, wir hören auch, die Sandstürme dort sind so gefährlich, dass sie selbst Metall zerstören. Und deswegen schließen die jetzt die Tore, holen alle rein und es kommt anscheinend so ein Sandsturm oder so irgendwie. Genau. Da ist auch noch mal ganz kurz, dass ich es noch mal erwähnt habe, weil du über Gernie Helleck ja gesagt hast, der ist nicht so deep. Der ist eigentlich so voll, also, er wurde jetzt hier schon zweimal von Lito gefragt, so, was sagst du? Und dann hat er so ein, weißt du, so ein poetisches Zitat gesagt. Oder hier, das ist jetzt nicht so halb poetisch nur, was er da sagt. Das ist eigentlich so seine große Charaktereigenschaft, dass der so Künstler ist. Aber der hat auch so ein Banjo oder so, wie man das nennt, und spielt damit und singt die ganze Zeit und rezitiert so Gedichte. Leider macht er das hier nicht so viel. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber jetzt geht es um die Haushaltsführung. Ja. Und die Szene, finde ich, trägt dazu bei, dass man merkt, wie die Bevölkerung zu den Atreides steht. Aber sie dauert auch sehr lange. Also, wenn du etwas hättest kürzen können, dann wäre es vermutlich diese Szene gewesen. Weil wir haben jetzt einfach nur die Auswahl einer Haushaltshilfe und es stellt sich dann raus, die eine Haushaltshilfe, die dann auch ausgewählt wird, hat eine Waffe dabei. Und es wird zuerst vermutet, die Waffe ist da, um die Atreides zu ufen. Aber nein, die Waffe ist etwas sehr Besonderes für die Leute dort und die ist als Geschenk mitgebracht worden für die Dame des Hauses. Genau. Ja, wir merken halt, das ist ja jetzt auch der Part, wo wir dann direkt, wenn wir die nächste Szene schneiden, sehen wir dann, wie Paul draußen rumläuft und zu so Dattelpalmen geht, die da sind. Und wir sehen, wie Fremen, oder das sind nicht alles Fremen, das sind halt auch Pilgerer und sowas, die da vor dem Palast beten oder die sind dort auf dem Boden. Und wir sehen, die machen da irgendwelche religiösen Rituale. Und wir checken, das wird hier nur angeschnitten, das wird später irgendwann noch wichtiger. Religion spielt hier halt eine riesig, riesig große Rolle in den Filmen. Und da ist halt auch so das Ding, dass einer der Hauptgründe von Frank Herbert, der die Bücher geschrieben hat, diese ganze Geschichte zu erzählen, war, dass er sozusagen in Anführungszeichen warnen wollte vor religiösen Führern und vor so Messias-Figuren und sowas, was sie für Gefahren bürgen können. Und ich glaube deswegen, und das finde ich sogar ganz, also es ist sehr respektvoll, dass Denis Villeneuve diese Szene so drin gelassen hat, die ist auch super lang im Buch und ist auch, um ehrlich zu sein, nicht so krank spannend im Buch, diese mit der Haushaltshilfe. Aber da siehst du halt krass, wie verrückt, in Anführungszeichen verrückt, diese Leute durch ihren Glauben dort geworden sind und wie besessen die davon sind. Ja, die warten die ganze Zeit darauf, dass irgendjemand von außen kommt, um sie zu retten, anstatt selbst mal was in die Hand zu nehmen. Genau, genau. Und ja, wie gesagt, es wird dann vor allem in Teil 2 nochmal sehr, 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 sehr krass angesprochen. Was mich an dieser Baumszene allerdings stört, so kannst du Bäume in der Wüste nicht gießen. Nicht? Nein. Du musst, also du darfst das Wasser niemals an der Oberfläche zu den Bäumen bringen, weil sonst verdunstet zu viel Wasser. Du musst ein Rohr machen in den Boden, so 20 Zentimeter tief mindestens und musst das in dieses Rohr reinfüllen, weil dann geht das nicht durch die Hitze und die Luft verloren, sondern geht direkt in den Untergrund rein, wird dort gespeichert und kann die Bäume, die Wurzeln erreichen. So machst du auch Wüsten wieder zu Ackerland, also du pflanzt zuerst so ein paar Pflanzen, wo du das Wasser dann so schnell es geht, versuchst unter die Erde zu bringen und dort zu speichern. Und der Typ, das hat mich so ein bisschen genervt, dass der einfach mit diesem Schöpflöffel rumgeht und das einfach so auf den Sand drauf tropft und ich schon von Weitem gesehen habe, ja, 90 Prozent des Wassers wird die Wurzeln niemals erreichen. Scheint nicht so einen grünen Daumen zu haben, der Typ. Nee, echt nicht. Nee. Aber jetzt bekommen wir die Würmer dargestellt und zwar nochmal aus diesem Logbuch. Paul Atredes lernt wieder etwas über Arrakis und die Fremen oder die Beduinen und zwar, warum die so komisch über den Sand laufen. Und zwar machen die das, weil es dort die großen Sandwürmer gibt, die alles an Leben verschlucken, alles aufessen einfach und die angezogen werden von gleichmäßigen Bewegungen. Wenn sich irgendwas gleichmäßig über den Sand bewegt, dann merken die, okay, da geht gerade, das sind Schritte von einem Tier, einem Menschen, von weiß ich was. Und deswegen versuchen die, ihre Schritte so zu zerstreuen und so arhythmisch zu machen wie möglich, dass diese Würmer das nicht einem Lebewesen zuordnen können, das sie fressen könnten. Genau. Ja, das erfährt er da so ein bisschen und wird dann aber unterbrochen. Nämlich kommt da jetzt sowas durch die Wand rein, so eine kleine, das erste ist so eine kleine Fliege, ist aber tatsächlich ein Jägersucher und so ein ferngesteuertes Assassinengerät, das jetzt da ist, um Paul zu ufen. Aber der ist, ja, ziemlich gut ausgebildet, bleibt ruhig. Wir haben auch so eine, ich finde den Shot cool, weil er versteckt sich sozusagen in seinem, also dieses Videobuch projiziert gerade so einen Busch da, wo er es pausiert hat und er versteckt sich dann in diesem projizierten Busch sozusagen und, ja, packt sich dann am Ende, also da kommt dann die Haushaltshilfe rein und er packt am Ende dieses Ding halt gerade so, kurz bevor es jemanden treffen kann. Ja, und dann merken wir halt, okay, es war ein Harkonnen, der war im Palast eingemauert. Die Harkonnen hatten davor so hinter Rucks jemanden zu ufen. Tufi Havard, der Mentat, ist dann, ja, ey, tut mir leid, ich drehe zurück, das war alles meine Schuld. Lito sagt dann, nein, ey, du hast, wenn du hier wirklich dich rehabilitieren willst, dann kümmere dich darum und finde die Leute. Ja, und wir merken, da ist ein ziemlicher Machtkampf immer noch am Laufen und die Harkonnen sind ziemlich gefährlich. Ja. Dieser ganze Vorfall führt dann auch dazu, dass eine der Bene Gesserit die Harkonnen aufsucht und denen sagt, was auch immer der Imperator für einen Deal mit euch hat, ihr dürft dem Jungen und seiner Mutter nichts antun. Den Vater, den Duke könnt ihr ufen und das ganze Haus Atreides und deren ganze Mannschaft, aber der Junge und der Mutter darf nichts geschehen. Dem Jungen und der Mutter darf nichts geschehen. Und die Harkonnen geben dann ihr Wort, dass sie die nicht ufen werden. Allerdings, nachdem diese Bene Gesserit dann den Thronsaal von diesem Oberhaupt der Harkonnen, dem Baron Wladimir, nachdem sie den Raum verlassen hat, sagt der das Oberhaupt der Harkonnen oder redet so mit seinem Berater und da stellt sich dann raus, ja, die würden die eigentlich schon ganz gerne ufen und sie werden es einfach so machen, sie setzen sie in der Wüste aus oder die Wüste uft alle, die zu schwach sind für sie und sie lassen sie einfach in der Wüste zum Ufen zurück und erzählen den Bene Gesserit dann, dass sie sie ja nicht selbst geuft haben. Genau. Und dieses My Spice, My Arrakis, My Dune ist irgendwie schon ziemlich episch, finde ich. Ja, ich frage mich auch, dieser Typ, also dieser Baron Wladimir, der fliegt ja zwischendurch. Ja, der ist so fett, dass er sich nicht mehr bewegen kann und deswegen bewegt er sich mit, Kacke, wie heißt das nochmal? Der hat doch so eine Wirbel, der hat da hinten doch was an der Wirbelsäule, sieht man ja. Und deswegen fliegen auch um ihn rum, das sieht man immer, wenn er sich dann später bewegt, fliegen so zwei so Bälle um ihn herum. Das hat einen Namen, fällt mir vielleicht gleich ein. und das muss er halt nutzen, um sich zu bewegen. Okay, und die fliegen dann unter seinen Hintern und heben ihn hoch, oder wie? Nee, nee, das sind so, also diese Bälle sind sozusagen mit diesem Ding an seiner Wirbelsäule verbunden und das kann ihn sozusagen so hoch und runter heben und sowas. Ja, das ist so das System. Aber das pusht ihn dann sozusagen so hoch. Ja, gute Gene. Ja, gute Gene. Aber ey, ganz kurz mal eine Frage an alle, die ja vielleicht zuschauen, sich so ein bisschen besser mit dem ganzen Universum hier auskennen. Was ist dieses Tier da auf dem Boden? Weil ich habe das jetzt gerade, ich habe das wieder gesehen und keine Ahnung, was es ist, woher das kommt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls es irgendjemand weiß. Da ist so ein Haustier einfach, was ein bisschen eklig aussieht. Ja, aber gut. Wir kommen nach Arrakis zurück. Und dort findet die Familie Atredis jetzt immer mehr heraus, dass sie eigentlich komplett hinters Licht geführt wurden und dass die Harkonnen das ganze Material, das sie zurückgelassen haben, weil die Familie Atredis war ja darauf angewiesen, das Material vor Ort zu verwenden, weil sie haben kurzfristig einfach Arrakis übernommen, waren nicht darauf ausgerichtet und sind jetzt auf das Material der Harkonnen angewiesen. Und das Material der Harkonnen wurde aber größtenteils abgezogen von Arrakis, ist einfach nicht mehr da oder wurde sabotiert, kaputt gemacht und es wurden nur noch veraltete Geräte zurückgelassen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Die Familie Atredis muss eine gewisse Menge an Spice abliefern, sonst bekommen sie Probleme. Genau. Suspensoren heißt das. Ja. Und jetzt dürfen wir nochmal mit den Libellenhubschraubern fliegen und uns einmal ansehen, wie das aussieht, wenn Spice gefarmt wird. Genau. So sieht's aus. Davor kommt dann auch noch Duncan zurück und hat da die Främen ein bisschen ausspioniert, in Anführungszeichen. Wurde Teil der Främen. Hat auch sein Bart abrasiert, was, finde ich, keine gute Entscheidung war, aber gut, ist einfach so dahingestellt. Genau. Aber Duncan hat jetzt Stilgar mitgebracht. Und Stilgar ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter, vor allem dann noch für Teil 2. Er ist nämlich das Oberhaupt von Siege Tabra. Und Siege ist so eine kleine Höhle oder so eine kleine Vereinigung von Främen. Also ähnlich wie so ein Främen-Stützpunkt oder eine Stadt von denen. Ja. Und der bringt ihn jetzt hier mit. Und dann, der unterhält sich dann auch so ein bisschen mit Lito. Spuckt auch erstmal. Und da checken wir dann auch das erste Mal, oder das erste Mal so richtig, wie wichtig Wasser eigentlich auf Arrakis ist. Das wird hier gar nicht so weit ausgeführt. Aber, also es geht da irgendwie, vor allem für die Främen geht es immer, immer, immer um Wasser. Oder es ist nicht erlaubt zu weinen, nicht erlaubt zu kotzen. Es ist alles nicht erlaubt, wo du nur ein bisschen Wasser verdienen könntest. Und deswegen ist es da sehr, sehr krass, wenn du auf dem Boden spuckst. Weil, und wir hören später, du verlierst am Tag einen Fingerhut voll Wasser. Wenn du spuckst, ist es sozusagen, als würdest du deinem Gegenüber einen Tag opfern. Ähm, ja. Und deswegen macht er das jetzt hier auch so ein bisschen. Und dann sprechen die. Und, ähm, Lito sagt eigentlich, ey, ich würde gerne ein bisschen mit euch connecten. Und ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Aber Stilger sagt, nein, bleibt, macht ihr euer Ding. Dagegen können wir nichts machen. Ihr beutet unseren Planeten eh nur aus. Macht das, aber haltet euch von uns fern. Ähm. Lasst uns unsere Höhlen mehr oder weniger. Oder lasst uns unsere, unsere Wüste und unsere Städte. Genau. Ähm, und, ja. Da stimmt Lito dann zu. Wir erfahren dann auch irgendwann später noch, dass, dass, also, das ist eigentlich gar nicht sein Plan gewesen. Hätte wahrscheinlich auch die Zustimmung, war ein bisschen eine Lüge so. Aber, ähm, erfahren wir dann noch. Erstmal geht Stilger dann, sagt aber noch zu Paul, ich erkenne dich. Und auch das wird später noch sehr, sehr wichtig. Ja. 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 Das Interessante an der Szene fand ich, ähm. Ähm, wir haben hier einfach so einen extremen Bruch der, der Bräuche. Also, sehr, sehr unterschiedlich. Weil die Atreides oder der Duke Atreides, äh, Lito Atreides sagt, er respektiert jeden, der ihn respektiert. Und der Typ spuckt erstmal vor ihm auf den Boden. Und in jeder Kultur auf der Welt wäre das ein Zeichen von absoluten, äh, absolut gar keinem Respekt und dass man ihn eigentlich verachtet. Und die Soldaten wollen in dem Moment eigentlich schon auf den Typen losgehen. Aber, ähm, Duncan sagt, ihr hier wartet, danke für euer, für das Geschenk der Flüssigkeit eures Körpers. Und spuckt dann auf den Boden. Und da bemerkt der Duke auch zum ersten Mal, okay, das auf den Boden spucken mit dem Wasser ist wichtig und es ist eine große Ehre. Und spuckt erstmal vor ihm auf den Boden. Und die ganze Szene ist so surreal und weird. Weil du verstehst so langsam, dass du es hier wirklich mit anderen Leuten zu tun hast. Mit anderen Bräuchen, mit einer ganz anderen Kultur. Wo du nicht davon ausgehen kannst, dass irgendetwas, womit du aufgewachsen bist, hier gilt. Und, ähm, Worldbuilding ist eh krass, krass hier. Und, ähm, die Kultur der Freemann ist wahrscheinlich so das Interessante. Aber wir sehen ja sogar später, die spucken in den Kaffee. Aber die machen ihren Kaffee nicht mit Wasser, sondern mit Spucke halt. Ähm, ja, funktioniert halt bei denen so. Ja, es ist ziemlich viel widerliches Zeug auch in diesem Film. Also, das wusste ich jetzt nicht, wollte ich nicht so unbedingt wissen, aber ist okay. Ähm. Ähm, ja, oh ja, doch, ich glaube, das habe ich gesehen aus, verstehe ich jetzt erst. Oh, nee. Äh. Äh. Also, jetzt begehe ich gleich hier ein Verbrechen und kotze. Nee, aber, ähm, ja, was ich zum Worldbuilding noch sagen wollte. Wir sehen ja immer so ein paar kleine Shots vom Heimatplaneten der Harkonnen, vom Heimatplaneten dieser krassen Krieger, vom Heimatplaneten der Atreides. Aber es ist nie wirklich viel. Der einzige Ort, den wir sehen, oder der einzige große Ort, kannst du ja Orte auch in mehrere kleine Orte, äh, unterteilen. Zum Beispiel Tatooine hat dann Mos Eisley, Mos Espa, ähm, hat die Farm der Lars-Familie, hat die, äh, Dünen, wo die, wo die Sandleute sind. Und hier, der einzige große Ort, sag ich jetzt mal, an den wir kommen, ist Arrakis. Und da sehen wir dann auch mehrere kleine Orte. Aber das ganze Worldbuilding beschränkt sich schon ziemlich auf Arrakis. Ja. Ähm, also, das ist auch absolut Absicht. Also, so, das ist, äh, es geht eigentlich immer, also, das Buch heißt ja auch Der Wüstenplanet Dune, und der Film heißt Dune, also, es geht. Das ist sogar noch, in Anführungszeichen, viel, was wir hier im Film von anderen Planeten bekommen. Ja. Aber normalerweise ist es wirklich nur, nur Arrakis. Und das, dass man halt wirklich diese, weil du hast irgendwann wirklich, also, ich finde im Film sogar auch, aber auch beim Buch irgendwann wirklich diese Atmosphäre, dass du das Gefühl hast, wirklich auf Arrakis zu sein. Und dieses Erdrückende mit dieser Wärme und immer nur, da werden auch immer wieder und immer wieder diese Dünen beschrieben und dieser Sand und dieser Wind und immer wieder, dass du wirklich das so richtig erdrückend bekommst. Und das sehen wir ja auch im Film auch immer wieder, diese Shots von den Dünen, dem Wind und so. Ja, finde ich aber etwas interessant, weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass Arrakis jetzt der eine Planet ist, der den Imperator zu Fall bringt. Also, ich verstehe schon, dass das Spice wichtig ist, aber du kannst doch nicht nur eine Spice-Quelle haben. Auf dem kannst du doch dein Imperium nicht aufbauen. Doch, doch. Also, das Spice ... Ja, okay, dann ist es die einzige Quelle, aber wie hat das Imperium dann überlebt, als die Harkonnen mal für so ein paar Wochen aufgehört haben, das Spice zu farmen? Ja, die haben ja noch auf Lager. Aber das hören wir direkt, die haben ja noch voll viel auf Lager, haben es weiterverkauft. Und Spice kommt von den Würmern. Und die Würmer können irgendwo anders leben, deswegen ist es halt nur da. Okay, interessant. Kurze Frage, weil du vorher gesagt hast, du hast das Gefühl dieser erdrückenden Hitze. Bist du eher so ein Sommertyp oder Wintertyp? Oder kannst du mit Hitze gut oder mit Kälte eher gut? Gar nicht. Ich bin der Typ, der sich in den Sommerferien freut, wenn es regnet. Okay. Nee, ich bin eher so ... Kälte kann ich so gar nicht, aber Hitze geht. Hitze super gern sogar. Also, 35 Grad kein Problem. Fahre ich sogar Fahrrad in der prallen Sonne. Du musst mir nur genug Wasser geben, dass ich da durchkomme und immer mal wieder so kleine Schattenplätze. Aber Hitze, solange sie nicht beim Schlafen in der Nacht ist, ist absolut gerne. Ich würde gerne mal mich so auf Arrakis hinstellen und einfach nur mal erleben, wie das dort ist. Weil das muss ja noch mal ein anderes Level sein. Ja, kann sein. Dann magst du Hitze nicht mehr. Dann mag ich sie nicht mehr. Krank, aber okay. Ja, aber deswegen wohne ich ja auch in Dubai. Stimmt, stimmt. Jetzt haben wir endlich den Plot-Twist. Jetzt ist der Plot-Twist endlich da. Ja, nicht schlecht. Ja, okay. Also, wir haben noch mal eine kurze Zwischenszene jetzt, wo wir so ein bisschen Exposition zu den einzelnen Geräten bekommen. Es gibt einen Kompass. Magnetfeld ist anders. Es gibt einen Sandverdichter. Die graben sich manchmal in den Sand. So kannst du Sand einfach zur Seite machen. Und so ein paar Sachen werden uns da jetzt erklärt. Wir checken auch, dass Duncan sich da scheinbar sehr, sehr eingelebt hat. Ja, dann bekommen wir noch so ein paar Zwischenshots, wo wir sehen, wie das alles da funktioniert. Wir sehen, wie diese Spice-Harvester, oder die Dinger, die Spice abbauen, wie die transportiert werden mit so Ballons oder sowas. Was sieht das aus? Ja, dann kommen wir aber zur nächsten großen Szene. Nämlich zum, wie heißt der? Irgendein Richter über, warte mal. Ach so. Übertragungsrichter? Wie haben die das nochmal genannt? Weiß ich gerade nicht. Also, wir sehen, wie es transportiert wird. Und dann kam die eine Geologin, oder? Ja, ja, genau. Die ist ja Lead Kainz. Und die ist irgendwie Übertragungsrichter oder irgend sowas. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Erzähl mal, was macht die? Also, sie ist so ein bisschen, ich wollte noch sagen, ich finde das ziemlich cool, dass sie hier zwar moderne Technologie haben, aber immer so ein paar Anteile. Also, zum Beispiel in Star Wars, wenn du in Star Wars mit Ballons kommst, würde dir jeder den Vogel zeigen. Aber ich finde es cool, dass das hier noch so ein bisschen funktioniert, dass das so ein Mix ist. Weil normalerweise, wenn diese Ballons hier sind, in der Hitze funktionieren ja Heißluftballons nicht so gut. Weil das funktioniert ja so, dass die Luft da drin signifikant heißer ist als draußen. Das heißt, das muss ja irgendein Gas sein. Finde ich aber cool. Das alles trägt auch zum Worldbuilding bei. Diese Dr. Leed Kainz, die Geologin, Umweltwissenschaftlerin, ist mehr oder weniger die, die das ganze Projekt begleitet, die vom Imperium oder vom Imperator eingesetzt wurde, um die Spice-Ernte zu überwachen. Und der Duke möchte mit seiner Familie und seinen Leuten jetzt einmal zu einem dieser Ernteorte fahren und sich ansehen, wie das funktioniert. Und sie kommt jetzt und erklärt ihnen die speziellen Anzüge der Fremen oder der auf Arrakis. Nämlich nehmen die alles an Schweiß auf, was du am Tag rauslässt und recycelt das Wasser, sodass du es später wieder trinken kannst und die ganzen Salze, der ganze Quatsch wird rausgefiltert. Und der kann den Wasserverlust, und da kommen wir wieder zu dem Spucken vorher, auf einmal die Menge von einmal einen Fingerhut pro Tag reduzieren. Das bedeutet, du kommst, während du ohne Anzug keinen halben Tag aushältst auf Arrakis, kannst du mit dem Anzug, glaube ich, bis zu zwei Tage einfach ohne zusätzliche Wasserzufuhr ziemlich gut über Arrakis laufen. Oder sogar länger. Aber nur mit dem Anzug auf jeden Fall. Zwei Tage, meine ich, war das, was sie gesagt hat, oder? Dass du gut überleben kannst, ja. Und sie überprüft dann noch bei allen, ob sie die Anzüge richtig tragen. Und da sehen wir dann auch, sie hat diese blauen Augen. Die blauen Augen haben auch die Ureinwohner. Die kommen daher, dass sie dem Spice die ganze Zeit ausgesetzt sind und das die ganze Zeit abbekommen. Und wir merken dann auch, sie ist irgendwie halb Fremen und halb irgendwas anderes anscheinend. Und arbeitet für das Imperium, kann aber auch mit den Fremen kommunizieren, also kennt sich ziemlich gut aus. Kennt auch die Gebräuche der Ureinwohner dort. Und für sie ist das auch so was ganz Besonderes gewesen, als sie dann gesehen hat, Paul hat die Schuhe so angezogen, wie die Ureinwohner das dort traditionell machen. Hat die traditionell gebunden. Und sie sagt dann auch, ah, du hast sowas schon mal getragen. Und er sagt, nö, es ist mein erstes Mal. Und eine der Legenden ist, dass der Messias, der kommen soll, die Bräuche der Fremen kennen wird, ohne jemals von ihnen gehört zu haben. Und deswegen war das für sie so ein großes Ding, dass sie dann wirklich da steht und glaubt, okay, der könnte es sein oder der ist es, weil er diese Bräuche kennt, ohne vorher jemals in Berührung gekommen zu sein mit so einem Anzug. Ich glaube aber, ehrlicherweise, kann es sein, dass er das weiß, weil er einfach nur das Logbuch studiert? Das kann sein. Das ist ja das, was ich meine. Es wird immer wieder offengelassen, ob diese ganze Prophezeiung jetzt wirklich wahr ist oder ob es einfach alles nur Zufall oder Manipulation ist. Das ist halt Interpretationsfrage dann. Ja. Wir fahren dann oder fliegen dann. Ganz kurz, ganz kurz. Bevor wir reingehen, will ich nur noch mal kurz erwähnen, weil wir hier auch immer wieder vor allem bei Star Wars und Acolyte über dieses Vokeness-Thema und sowas sprechen. Im Buch ist diese Lead Kainz, diese Richterin hier, diese Geologin hier, ein 1,90m großer blonder Mann. Und das wurde hier jetzt geändert und es war ungefähr zwei Tage lang ziemlich kontrovers so im Dune-Fandom. Aber da hat man irgendwie gemerkt, ey, der Film ist gut. Ja, okay, scheiß drauf. Das ist dann irgendwie egal. Und nur so, also wenn du halt guten Film machst, ist sowas dann komplett egal am Ende. Wusste ich jetzt nicht und es wäre mir auch nicht aufgefallen, weil es mir nicht auf die Nase gedrückt wurde. Finde ich aber auch gut, weil so ist es glaubwürdiger, weil dieser Film oder dieser Cast ist ja auch auf natürliche Weise, sage ich jetzt mal, sehr divers. Weil wir sind hier auf einem Wüstenplaneten. Natürlich laufen da keine großen, weißen, blonden Schweden rum normalerweise. Und deswegen, es wirkt auch glaubwürdiger, wenn jetzt sie dort sitzt, als ein großer, weißer, blonder Typ. Genau. Also so baust du Diversität organisch ein. Genau. Außer, was ich auch nicht so cool finde, also ich finde schon nicht so cool, dass da einfach gerace-swapped wird dann. Aber der ganze Cast rundherum, alles, du hast ja dort keinen so gesehen Weißen unter den Främen. Ja, passt auch. Also es ist voll logisch so. Ja. Wir fliegen jetzt, wie gesagt, mit diesen Libellen-Helikoptern zu einer Erntemaschine. Und dazu musst du mir jetzt ein bisschen was, glaube ich, erklären. Weil, also, die Harkonnen dürften ja viele von denen gehabt haben, die dort rumfahren und das Spice ernten. Aber so, die fahren da jetzt, also die Würmer hinterlassen das Spice einfach an der Wüstenoberfläche oder das Spice steigt dann in die Wüstenoberfläche auf und liegt dann dort. Und die fahren dann einfach nur wie ein Staubsauger durch, saugen das auf und filtern das Spice raus und der Sand wird hinten rausgeworfen, oder wie? Das ist so ziemlich das System. Aber das von den Würmern, es könnte sein, dass es deren, okay, jetzt nicht deren Kacke ist, aber es ist so eine Ausscheidung von denen auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt überall so, in der Wüste verteilt, die haben halt ihre Felder, wo die dann immer hinkacken oder wo halt Wurmterritorium ist. Also ich glaube, es gibt mehrere Tiere, ich glaube, es gibt mehrere Tiere, die verlieren Giftstoffe über Schwitzen oder über Hautausscheidungen. Das könnte bei den Würmern auch so sein. Weil ich glaube, ich glaube, das ist bei Insekten oder bei Kriechtieren oder so oder Amphibien, keine Ahnung, müsst ihr nochmal reinschauen, aber ich glaube, irgendwo, ist das der Fall. Okay. Ja, nee, also es wird immer von Ausscheidungen gesprochen. Ja. Das System ist jetzt halt wirklich so, dass die da drüber fahren und du siehst ja, die haben unten dieses, das sehen wir dann auch später nochmal genauer, dieses, also okay, scheiße, du siehst meine Cameras nicht, die haben so ein was so draufschlägt die ganze Zeit und halt Dinger hochzieht und die anderen halt so, also es ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Sand und Spice werden hier so ein bisschen separiert und so wird es aufgesammelt. Das ist das System. Dann wird uns ja auch noch kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert, nämlich lockt sowas, weil es halt eine rhythmische Bewegung ist, immer wieder auch einfach Würmer an und logischerweise, Ausscheidung von Würmern ist immer nur in Wurmterritorium. deswegen gibt es da dieses System, die spotten einen Wurm, dann wird das, wird so Bescheid gegeben, dann kommt so ein, so ein Teil an und hebt den Spice Harvester einfach hoch, bis der Wurm dann einmal vorbeigegangen ist, der kann den dann nicht fressen, weil die halt in der Luft sind, dann wird der einfach wieder abgesetzt und es geht weiter. Das ist das System. Hier ist jetzt aber das Problem, dass da so ein Spice Harvester ist, Wurm kommt und der soll eigentlich hochgehoben werden, aber dieses Ding ist kaputt. Wurde hier so ein bisschen abgeändert. Im Buch ist es eine ganze Verschwörung, aber da kommt dieses Teil erst gar nicht an, weil da auch Harkonnen-Spione waren, die das Teil zerstört haben und die Piloten davon geuft haben und es ist so eine riesige Verschwörung. Hier ist es einfach nur, das Teil war kaputt oder manipuliert. Ja, aber was passiert denn jetzt? Ich finde aber, das funktioniert dann wieder nicht so gut. Dann funktioniert das im Buch besser, weil du kannst bei so einem gefährlichen Job nicht einfach nur auf vier Anker dich verlassen, die alle funktionieren müssen, damit du fliehen kannst. Du musst mindestens einen Ersatzanker haben. Also wenn du sagst, du hast vier Anker, dann müssen drei ausreichen, um das Ding hochzuheben. Ja. Anders darfst du diese Schiffe nicht konzipieren. Das geht nicht. Geht nicht. Also das liegt nicht mal nur daran, dass wir irgendwie deutsche TÜV-Opfer sind, sondern das ist einfach Common Sense. Also so dumm ist kein Land der Welt, dass es solche Dinge baut. Und dass da ein Anker dann versagt hat und sie deswegen nicht mehr starten konnten. So, come on. Das darf halt nicht passieren. Oder das darf so nicht sein. Das wirkt sehr lächerlich oder sehr kleinlich. Ja, das stimmt so ein bisschen. Aber, äh... Der Auftritt vom Wurm ist aber krass. Genau. Der ist, der ist sehr krass. Der ist richtig heftig. Ähm, wir haben, ja. Wir haben jetzt nämlich einen Moment und ich finde diese Szene sehr, 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 sehr gut geschrieben und dann halt auch sehr, sehr krass einfach inszeniert. Weil, du siehst hier, aber das ist ja auch ein krasser Charaktermoment für Lito. Weil, bisher war Lito ja immer relativ passiv. Aber der war halt einfach da und hat so gewirkt wie so ein König und so. Aber hier sehen wir jetzt, er fliegt diesen Onytopter erst mal selbst. Er ist ein Ere-Mann. Genau. Er ist übertrieben korrekt. Er ist auch krass. Er fliegt selbst. Das ist auch so. Wurde auch thematisiert im Buch, dass er, wer fliegt, also welcher Herrscher fliegt denn selbst. Aber er fliegt halt selbst. Er macht das immer. Er wollte ja auch Pilot werden. Finde ich, finde ich cool, dass sie das so, so durchziehen. Genau. Und er hat dann auch gute Augen. Wir merken, der Typ ist auch relativ krass. Das ist ziemlich skilled. Und dann kommt halt die Situation, okay, da kommt ein Wurm. Das Ding kann nicht hochgehoben werden. Er, also alle sind so ein bisschen überfordert, sind so, scheiß, was machen wir jetzt? Er übernimmt sofort die Kontrolle, sagt sofort, okay, scheiß auf das Spice, das Spice ist komplett egal, scheiß auf die ganzen Ressourcen, hol einfach die Leute da raus, wir müssen die retten. Dann sagen so noch andere, ja, ey, wir kriegen aber nicht alle hier rein und so. Und er ist egal, egal, folgt mir einfach. Fliegt mir da her und geht da runter. Genau. Also er kümmert sich sofort um alles, nimmt sofort alles in die Hand. Und wir merken, Kisten werden rausgeworfen. Genau. Also er ist nicht nur nett und sympathisch irgendwie, sondern hat schon einen Grund, dass er hier der Herzog ist. Ja. Aber bei all dem, also die landen da jetzt und dann wollen die diese Arbeiter da rausholen, die wollen erst nichts, es gibt so ein kleines Hin und Her. Am Ende kommen die aber raus und sowas und die schaffen es auch, die zu retten. Aber es gibt so ein kleines Problem. Nämlich betritt Paul jetzt zum ersten Mal wirklich Arrakis. Vorher war er im Palast und sowas. Jetzt betritt er wirklich Arrakis, den Sand und vor allem atmet er zum ersten Mal so richtig das Spice ein. Und das ist jetzt schon der erste Moment, wo Dune dann so richtig losgeht. Wir haben gleich eine Szene, wo es richtig, richtig losgeht. Aber hier geht es jetzt schon so ein bisschen los und er atmet es ein, Sack zu Boden und muss da rausgeholt werden. Auch ganz kurz, finde ich sehr coole Pacing-Entscheidung, dass wir seine Vision hier nicht sehen. Also weil wir bekommen ja dann gleich, skippen wir nochmal zurück und sehen, was er eigentlich gesehen hat. Hier wird aber erstmal einfach rausgeholt und die fliegen wieder zurück. Ja. Die fliegen zurück und der Wurm verschlingt diesen gesamten Harvester. Also die heißt auch auf Deutsch Harvester, tatsächlich, glaube ich. Aber ja. Was ich noch eine gute Entscheidung finde, weil sie haben ja gesagt, da kommt ein richtig großer Wurm. Ich finde es gut, dass sie nicht so einen kleinen Wurm gebracht haben und uns dann später so zeigen, oh ja, so groß können die wirklich werden, sondern dass sie uns von Anfang an einen großen geben. Weil jetzt wissen wir, also es wird wahrscheinlich auch Würmer geben, die so klein sind, dass sie solche Harvester nicht verschlingen können, weil die Harvester sind ja, also die sind so groß wie die allergrößten Baustellenfahrzeuge, die wir haben. Ja. Und der Wurm verschlingt das halt komplett. Und ich finde es gut, dass sie uns einen großen Wurm gegeben haben, weil jedes Mal, wenn wir jetzt so einen Wurm treffen wieder in Dune, dann wissen wir, okay, da könnte jetzt so ein richtig, richtig riesengroßer Oschi kommen. Und selbst wenn wir einen Wurm sehen, der kleiner ist, dann wissen wir so, um Gottes Willen, wenn selbst die Kleinen jetzt schon so schlimm sind, wir wissen, was es noch gibt. das wäre noch mal zehnmal schlimmer. Und wir leben in dieser ständigen Angst, dass unter uns auf einmal so ein Wurm kommen könnte und so ein ganzes Fahrzeug verschlingt. Genau. Also, all die Themen sieht doch halt auch echt krass aus. Ja, da sieht schon krass aus. Wir kommen jetzt aber, wie du schon gesagt hast, zu diesem Flashback, was er gesehen hat. und ich lasse dich das mal ganz kurz erklären, weil ich muss mich wieder so ein bisschen davon stehlen für zwei Minuten. Da musst du die Zeit überbrücken und darauf achten, dass die Zuschauer nicht drauf kommen, dass ich weg bin. Okay. Was sie natürlich niemals werden, wenn ich das jedes Mal sage. Ich höre aber alles. Ich höre alles. Okay. Ja, aber wir kommen jetzt hier wieder im Palast an. Also, kurz ist dann auch so, ja, ey, hier war alles kaputt. Sagt ihr dann zu dieser Geologin, die halt auch Ablösungsrichterin, war das Wort, Ablösungsrichterin ist und sagt dann, ja, das ist ja hier verarsche, sagt dem Imperator mal was und sowas. Aber ja, wir merken, das ist alles schon so gewollt, dass die Atreides hier scheitern werden. Ja, es wird sich also nicht groß drum gekümmert und Paul sitzt jetzt in seinem Zimmer zusammen mit Dr. Yue und seiner Mutter und scheint Kopfschmerzen zu haben. Ist ziemlich, ist ziemlich niedergegelt. geschlagen, weil er hat eben zum ersten Mal Spice eingeatmet und es scheint ihm gut zu gehen und die gehen erst von einer allergischen Reaktion aus. Das ist es aber nicht. Paul hatte hier nämlich zum ersten Mal eine Reaktion seines Körpers, seines Genmaterials mit dem Spice und hatte deswegen auch zum ersten Mal nicht nur seine verschwommenen Träume, sondern tatsächlich klare Visionen. Und er hat so ein paar Sachen gesehen. Er hat Stimmen gehört, Stimmen, ja, Stimmen, die uns irgendwann später nochmal erklärt werden. Ich erkläre sie erst mal nicht für alle, die vielleicht den Reward hier mitmachen und Teil 2 noch sehen wollen. Er hört auf jeden Fall Stimmen. Wir sehen, dass er mit Chani scheinbar eine Liebesbeziehung haben wird, aber dann wird er auf einmal von Chani geuft. Auch alles Teaser, also es ist alles so, es wirkt super random, aber wenn man dann irgendwann Teil 2 gesehen hat, alles nebeneinander hält, hat alles seinen Sinn. Aber ich spoiler, wie gesagt, nicht. Wichtig ist aber vor allem, dass er einmal seine Mutter sieht, die scheinbar eine Fremen geworden ist, Tattoos im Gesicht hat und so ein Messer, so ein Chris-Messer vor sich liegen hat. Wird auch alles noch wichtig, spoiler ich jetzt auch nicht weg. Das Wichtige, was ich jetzt aber in Anführungszeichen spoilern kann, ist, dass sie schwanger ist. Jessica ist schwanger und Paul checkt das einfach und sagt dann, ja, du bist schwanger und sie sagt, das kannst du nicht wissen, aber ich weiß es selbst kaum, ich hab's irgendwie vor einer Woche oder so erfahren, das ist unmöglich, dass du das weißt, ich hab's niemandem gesagt und er sagt, ja doch, ich weiß es und ja, halt hier auch mal wieder so ein bisschen die Frage, ist der Typ vielleicht wirklich der Mardi, der Messias, der was auch immer, weil er hier halt Dinge weiß, die eigentlich nur ein übernatürliches Wesen wissen kann. Ähm, ja, bist du wieder da? Nö, er ist nicht wieder da. Ich hoffe, diesen Schrei hat man in der Aufnahme gehört. Mach ich jetzt einfach, ich mach einfach, guck mal, ich mach jetzt eine Solo-Show, ist mir jetzt egal. Wenn man's auf, wenn man's bei dir auf Discord gehört hat, hat man's in der Aufnahme auch gehört. Okay, super. Aber jetzt bin ich wieder da. Du bist wieder da. Ähm, hast du noch was Wichtiges zu der Szene eben? Nee, nee, es war eigentlich alles, was ich gesagt hätte und wozu ich Fragen gehabt hätte. Okay. Aber jetzt kommen wir zu den dritten Arschlöchern. Ja. Erzähl mal. Der Planet ist krass, wir sehen ihn leider nicht richtig, aber erst erzähl mal was. Du machst jetzt hier eine Solo-Show. Nee, jetzt bist du wieder da, jetzt musst du wieder. Ja, nö, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ja, okay, mach ich, ist mir jetzt egal. Okay. Wir schneiden nach Saluza Sekundus und sehen da zum ersten Mal so richtig die Saduka. Und wir merken, die werden jetzt hier im Film inszeniert wie so ein Samurai-Volk. Also wenn man auch mal drauf achtet, während den Choreos, jede einzelne Familie oder jeder einzelne Stamm hat so seine eigene Art zu kämpfen. Das werden wir gleich sehen. Ist sehr, sehr cool, finde ich, wenn man da mal drauf achtet. Die hier, das sehen wir auch gleich, wenn die kämpfen, werden sehr japanisch angehaucht, wie so ein Samurai-Volk inszeniert. Wir sehen jetzt hier, wie die mit dem Blut ihrer verstorbenen Kriegskameraden geschminkt werden. Die bekommen so Striche ins Gesicht. Sprechen auch da auf ihrer Sprache und, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Der Mentat von Wladimir Hakon ist jetzt da und organisiert die Zusammenarbeit und sagt, okay, ich bekomme jetzt drei Bataillonen von euch und ihr werdet uns helfen bei der Invasion auf Varakis gegen das Haus Atreides und er sagt dann auch Peter de Vries, glaube ich, heißt der. Genau, genau. Und der ist auch voll der Riesencharakter eigentlich. Genau, der ist voll der Riesencharakter eigentlich. Aber der ist so einer der gefürchtetsten Menschen des ganzen Universums. Wird hier auch einfach so ein bisschen rausgelassen. Ähm, genau. Und hier bekommen wir jetzt auch mal so ein bisschen Machtverhältnisse dargestellt. Nämlich sagt dann, der Saddukar-Typ sagt, ey, also ihr seid doch zahlenmäßig der Atreides überlegen, wie könnt ihr das denn nicht schaffen? Und dann sagt der Mentat halt, ja, ey, ja, wir sind zahlenmäßig überlegen, aber die Krieger der Atreides sind die stärksten des ganzen Universums, ausgebildet von Duncan Idaho und bla bla bla. Bricht aber der Saddukar sofort, unterbricht ihn sofort und sagt, wir sind die Schwerter, wir sind die Klingen des Imperators, die Saddukar, niemand ist stärker als wir. Und da sehen wir schon ein bisschen, also, wie gesagt, die sehen hier aus wie einfache Fußsoldaten, aber die leben alle wirklich wie so, wie so Fürsten. Aber die sind alle übertrieben reich. Ja, ja, gibt eine Armee genug Geld und sie ist loyal. Genau. Aber die sind komplett krank. Und das wird, ich spoiler es jetzt hier nicht, man erfährt es auch nicht richtig in Teil 2. Aber wir müssen da mal in Teil 2 drüber reden, weil da gibt es einen riesig krassen Twist, der einfach aus dem Film gestrichen wurde. Aber in Teil 2 dann. Okay. Ja, aber mehr passiert hier jetzt gar nicht. Ja. Wir bekommen weiterhin die, die, ähm, Solo-Show von Elias jetzt, dachte ich, aber nö, dann, dann muss ich jetzt wieder gehen. Irgendwann reicht's. Wir bekommen Jessica, die heulend zu ihrem Mann geht und der Mann ist auch nicht so gut aufgelegt und sagt dann mehr oder weniger, ja, hier, das ist, das ist made to, made to break, made to fail. Der Imperator hat uns hierhin geschickt, um uns versagen zu sehen und, ähm, er weiß ja auch, dass, dass die, die Mutter von ihrem Sohn, ähm, eine Bene Gesserit ist oder mit denen irgendwie was zu tun hat und, äh, sagt dann oder fragt sie dann, ja, bist du bereit, unseren Sohn zu beschützen, wenn, ähm, wenn was Schlimmes passiert? Und die Mutter ist so, so völlig aufgelöst, so, natürlich mache ich das und wir sehen auch, der Vater, der hält, glaube ich, nicht so viel von den Bene Gesserit und, und merkt jetzt, okay, das ist, die sind alle gegen uns und wir wurden nur hierher geschickt, um zu versagen und merkt jetzt erst, wie schlimm das alles ist. Genau. Oder wie krass ja alles gegen ihn läuft. Genau. Auch wieder, ähm, ein cooler Moment für Lito, finde ich. Ähm, hat jetzt hier direkt gleich sogar nochmal so einen kleinen Charaktermoment, ähm, wo er dann, also er sagt ja dann auch gleich so zwischendurch mal, ähm, ich hätte dich heiraten sollen, so, das ist auch so ein, so ein Ding, dass er die halt nie, aus politischen Gründen, sie nie geheiratet hat, dass er halt so, weil das ist ja so, so, man kann dann verhandeln mit, oh, vielleicht heirate ich eine Hakon und dann sind wir nicht mehr im Krieg, weil dann sind wir eine Familie, äh, so diese mittelalterliche Politik so ein bisschen, ähm, ja, das bereut er hier so ein bisschen. Aber, jetzt, also wir sind einfach eine Stunde 15 im Film und das ist das Krasse, was du wahrscheinlich auch gemeint hast, das ist echt ein Film, der für Goldfischgehirne sehr, sehr hart ist, weil, wir sind eine Stunde 15 im Film, ja, es ist wirklich das Herr der Ringe Pacing, aber alles nochmal, viel düsterer, also Herr der Ringe wird ja wenigstens wie so ein, also wir sind im Auenland und wir haben Witze und es ist so ein bisschen, diese Welt ist so, die ist so schön, man will da so rein und es ist so ein Abenteuer, aber hier wirst du ja nur von Politik und, und düsterer Atmosphäre übermannt, ähm, aber jetzt bekommen wir zumindest ein bisschen Action gleich. Du fühlst dich echt nicht gut, wenn du den Film schaust. Ja, äh, geh ich, geh ich voll mit. Weiß ich nicht, ob das so, so gut ankommt bei der Masse, aber ja. Ja. Übrigens auch, der Film endet ja mehr oder weniger an einem Punkt, der in vielen anderen Filmen als der erste oder zweite Akt, ähm, dastehen würde. Das bedeutet, das, was hier in dem Film in, ja, zwei Stunden 30 erzählt wird, ähm, erzählen uns manche Disney-Filme in zehn Minuten gerusht und ohne Liebe. Also, der, der, der erste Teil ist wirklich eigentlich einfach nur ein erster Akt, weil es ist ja, wir werden nur in diese Welt reingelassen und bekommen auf der einen Seite Exposition, dass wir wissen, worum es in dieser Welt geht, aber halt, auch sehr, sehr viel, genau, und vor allem halt sehr, sehr viel Atmosphäre einfach, wie fühlt sich diese Welt an, was sind so die einzelnen Figuren, wie wirken die auf mich und das ist es eigentlich, was dieser Film macht, mit halt ein bisschen Action immer wieder zwischendrin, jetzt gleich zum Beispiel. Jetzt kommen wir aber und, ey, ich werde mich jetzt schon mal bei dir entschuldigen, aber die ganze Action-Szene wirst du dann alleine machen müssen, weil ich kann da wahrscheinlich nicht so viel beitragen. Ähm, der, der Pfarrer wacht dann auf in der Nacht und findet die, geufte, ähm, die geufte, ne, ähm, Haushaltshilfe, hat sein Schild noch aktiviert, wird aber von so einem, äh, Pfeil, der vorher auch, ähm, Paul in seinem Zimmer aufgesucht hat oder begegnet ist, wird der in den Rücken getroffen, der bohrt sich so ganz langsam durch seinen Schild und, ähm, betäubt oder setzt den Duke so außer Gefecht und ab jetzt musst du eigentlich weitermachen, weil, holy shit, sonst rage ich hier gleich über den Arzt. Der Typ ist dreckig, aber er wurde verarscht hier, er wurde wirklich verarscht. Ne, das, das meine ich nicht, aber es ist wieder einer der Charaktere neben dem Piloten und neben dem, äh, Leibwächter, die eigentlich kein Charakter sind. Das meine ich, er wurde hier im Film verarscht. Der Typ ist krank im Buch, aber okay, lass uns erstmal die Action-Szene machen. Ähm, also, du hast gerade schon gesagt, ähm, der, der, äh, Herzog wird hier jetzt relativ schnell ausgeschaltet durch so einen Jägersucher, ähm, und, ähm, die Hakonnen greifen hier jetzt an. Das Ganze funktioniert auch nur, man könnte jetzt denken, hä, wie einfach ist es denn, die zu stürmen? Erstmal, also das ist eine absolut kranke Armee, das ist wahrscheinlich die größte Armee, die jemals aufgestellt wurde, die hier gerade angreift und, ähm, der, ähm, der Arzt hat es geschafft, die, die ganze, die ganzen Schildgeneratoren abzuschalten. Und deswegen nutzt jetzt hier Wladimir Hakon, der Baron, eine Sache, die eigentlich komplett veraltet ist im Dune-Universum, nämlich Artillerie. Also, einfach von oben drauf schießen. Das gab's normalerweise gar nicht mehr, weil Schildgeneratoren erfunden wurden und dann macht halt keinen Sinn. Aber hier wurden die jetzt abgestellt und deswegen holt er jetzt so eine alte Technik wieder raus und bombardiert einfach alles. Wir bekommen so ein bisschen fürs Auge auch Hand-to-Hand-Combat und Soldaten, die kämpfen. Aber das Wichtige, was hier eigentlich passiert, was wir fast gar nicht sehen, ist Artillerie. Und deswegen schaffen die das so einfach, das alles zu besiegen. Ähm, wir haben eine coole Szene, die, ähm, wie die, ähm, die die Hakonnen den Palast stürmen. Und da ist dann so eine... Ja, aber ganz kurz zur Artillerie nochmal. Das ist das Problem an der Action-Szene. Du verstehst es nicht. Also, du siehst zwar diese Artillerie-Shells, die, die schnell auf die Flugzeuge oder diese, diese, ähm, Transporter zufliegen, aber dann langsam durch den Schild gehen und die dann von innen zerstören und der Schild die Explosion in diesem Schild, äh, drinnen hält und die nicht nach draußen geht und die Schiffe dann alles abbekommen. Ähm, Du siehst aber auch diese Hand-to-Hand-Combat und es wirkt alles ziemlich dämlich, ehrlicherweise, oder, oder, ähm, sehr viel zu leicht da durchzukommen. Wir wissen nicht, dass es Artillerie ist, wir wissen nicht, dass es eigentlich eine veraltete Technik ist, wir wissen nicht, was für ein strategisches oder taktisches, ähm, Genie dahinter steckt, eigentlich sowas veraltetes rauszuholen, was aber hilft, wenn die Gegner keine Schilde haben. Das sehen wir alles nicht. Für uns wirkt das einfach alles so, als würden die da einfach hingehen, die, die krasseste Advanced-Technologie zerstören, ohne, ohne Probleme und dann laufen die einfach, obwohl sie Flugzeuge und Panzer haben müssten, laufen die einfach zu Fuß aufeinander zu und kloppen sich mit irgendwelchen Schwertern die, die Köpfe ein. Und das, finde ich, sollte nicht sein. Ähm, ja, also ich finde, die, die Szene, die, die schafft gefühlstechnisch, schafft sie das, was sie soll, aber ich gehe voll mit, die ist von, von der Art, wie sie dargestellt wird, sehr, sehr schwer, ähm, weil du halt genau diese, Hand-to-Hand-Combat-Szenen, bis auf die eine, die ich jetzt hier gerade erwähnen wollte, die wirken sehr random. Also, wir haben ja die eine Szene, wo Gurney Halleck mit seinem, mit seinem ganzen Bataillon im Hintergrund draufläuft. Aber die haben einfach alle noch so Schlafanzüge an und alle, alle haben halt so ein Messer an der Hand, weil es ja die Art ist, wie man dort kämpft. Es sieht so ein bisschen, ähm, sieht so ein bisschen random aus, das stimmt. Ja. Ähm, eine ganz gute Szene haben wir aber, ähm, genau, hier kommen jetzt nämlich die Akon rein, die stürmen den Palast und wir sehen schon, das sind hunderte Akon und vielleicht so 50 Atreides-Soldaten und die kommen nicht durch, aber wir sehen, die Atreides sind ziemlich krank. Es ist einfach 300. Ja, wirklich, ne? Und hier siehst du jetzt auch die krasse Art, wie die kämpfen. Also die, ähm, die Atreides kämpfen auch so mit so einer alten griechischen Technik, mit diesen Messern und sowas und die anderen haben Speere. Genau, das ist, äh, die Speere ist, glaube ich, so eine spartanische Technik und die Messer müssten was aus Attika, Athen damals gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ähm, die, die Soldaten von Sparta hatten einen Speer, einen breiten, runden Schild und ein Schwert. Also das ist ziemlich akkurat eigentlich. Bisschen, bisschen, Genau. Bisschen zurückgefahren von, von der Ausrüstung her, aber ja. Ja. Ähm, aber dann sehen wir, also die, die Hakonnen, ich weiß es nicht mehr genau, es könnte was Russisches sein, aber ich bin mir nicht sicher. Oder, oder was Germanisches, irgend sowas. Die haben auf jeden Fall so eine sehr barbarische Art zu kämpfen. Das ist deren Ding, es hat alles so historisch im Hintergrund. Und dann kommen halt die Saddukar. Genau. Und dann kommen halt die Saddukar von hinten, die haben auch diese Suspensoren, bei denen sieht's aber cooler aus als bei, äh, dem Baron. Die fliegen da nämlich so runter, landen da, und, ähm, die sind halt krank. Aber die kommen da rein und metzeln einfach alles nieder. Ähm, sind natürlich auch zahlenmäßig in der Überzahl. So krass waren die aber nicht. Die haben von hinten angegriffen. Ja, man sieht's nicht. Aber wenn du mal drauf achtest, es sind so teilweise einer, uff, dann so drei oder so auf einmal. Und die sind schon so relativ krass, aber man sieht's nicht genug, das stimmt voll. Also man sieht nicht genug, wie krass die eigentlich wirklich sind. Ähm, ja, genau. Hast du was, oder wollen wir kurz noch die Szene mit dem Arzt schnell machen? Ja, wir können die Szene mit dem Arzt dann machen. Ich würde aber gerne die Action so ein bisschen noch kurz besprechen, weil wir haben dann noch die Szene, wo die Bäume brennen, was für die Eingeborenen sehr schlimm sein muss. Also die Einwohner von diesem Planeten müssten eigentlich voll auf der Seite von Atreides sein. Ja. Ähm, die Bäume brennen ab und dort ufft dann der, der, äh, Neffe von dem Harkonnen-Typen die Leute auf dem, auf dem Platz. Ist eine heftige Szene. Ähm, und wir haben auch noch, ähm, Duncan, der dort gegen so ein paar Sadukar kämpft, die auch besiegt, krasser ist als, als drei Sadukar auf einmal. Ähm, ne, krasser als vier Sadukar, da kommt ja noch einer. Aber, ähm, das finde ich, wird dem Sadukar auch noch nicht, auch nicht so gerecht, weil, weil es wirkt für ihn oder er wirkt krasser als die Sadukar und deswegen das Power-Ranking funktioniert da nicht so. Ende vom Lied ist aber, er fliegt mit eine, mit einem Libellen-Helikopter weg und, äh, ja, findet Paul Atreides, glaube ich, auch nicht mehr in seinem, in seinem Schlafzimmer, der ist dann auch weg. Ähm, genau. Ja. Ähm, genau. Aber, Dr. Yui hat da jetzt so ein bisschen seine Finger am Spiel. Nämlich, wir haben es gerade einfach so gesagt, aber nicht richtig ausgesprochen, er war der Verräter bei all dem. Er war da, ähm, hat die Schildgeneratoren ausgeschalten, äh, hat, ähm, Lito Atreides mit diesem Jägersucher betäubt und spricht jetzt mit ihm und sagt, erklärt ihm kurz, was los ist. Nämlich, haben die, ähm, Hakonnen seine Frau gefangen genommen und, ähm, er will da jetzt, äh, will sie halt befreien, hat einen Deal mit dem Baron gemacht und will jetzt aber als Rache-Move sozusagen, sagt er dann, okay, es tut mir leid, ich hasse den Baron aber so sehr, ich will einfach nur meine Frau befreien, aber, Lito, ich gebe dir eine Chance, dich zu rächen. Nämlich setzt er ihm dann einen falschen Zahn ein und dieser Zahn ist eine Giftkapsel und wenn halt, wenn er auf diesen Zahn beißt und ausatmet, kommt tödliches Gift aus seinem Mund und, äh, wenn der Baron dann nah genug an ihm dran ist, weil wir bekommen gleich eine Szene, wo Baron und Lito nochmal ein Abschiedsgespräch bekommen, ähm, soll er ausatmen und kann so vielleicht den Baron ufen. Und du hast gesagt, du magst den Arzt nicht. Genau, genau, klar, genau. Ähm, ja, und du hast gesagt, du bist ein bisschen böse auf den Arzt. Ja, also ganz ehrlich, deine Frau in allen Ehren, aber hier geht's ja um den ganzen Clan, hier geht's ja um das Leben von zehntausenden Leuten, hier geht's um den ganzen Planeten, um das ganze Imperium. Du kannst das nicht machen. Ja. Also, das ist komplett hart. Ähm, der, wie gesagt, aber eigentlicher Typ ist ein komplett eigener Charakter. Also, im Buch wird uns ungefähr auf Seite 30, 40 verraten, der wird die verraten. Und das ist da von Anfang an klar. Also, es wird uns direkt gesagt, er wird die verraten und die wissen's auch. Also, Jessica zum Beispiel hat so ein Gefühl, der wird sie vielleicht verraten. Und die hat die, die versucht so Nachforschungen zu machen und das sind so richtig komplexe Dialoge, die er da mit den, äh, mit den ganzen Atreides-Familienmitgliedern hat, wo er immer wieder durch die Blume sagt, ihr müsst was gefährliches erwarten und sich so durch die Blume immer wieder entschuldigt und so, aber halt nie wirklich sagt, was los ist. Und, ähm, zum Beispiel seine Frau ist auch eine Bene Gesserit und hat so tausend Hintergründe, alles. Warte, wenn die Frau vom Arzt eine Bene Gesserit ist, warum kann die sich dann nicht selbst befreien durch die Stimme? Diese Stimme, das ist auch so ein Ding. Das hab ich gemeint, das hab, deswegen wollte ich warten mit der Stimme. Und warum, warum lassen die Bene Gesserit zu, dass eine von ihnen so als Druckmittel verwendet wird? Das funktioniert hinten und vorne einfach nicht. doch, also das, im Dings funktioniert das, weil, warte, also erstmal kurz Stimme. Diese Stimme wirkt hier wie so das Krasseste überhaupt. Du kannst einfach reden und das funktioniert. Ähm, aber das wird dir aber halt nur so dargestellt. Eigentlich, man hat dann nicht diese, also hier ist ja so asynchron und du redest wie so ein Monster und sowas. Im Buch ist es mehr so eine Manipulation durch die Stimme. Aber da musst du jemanden erstmal sehr lange beobachten und sowas. Das ist wie beim Jedi-Macht-Trick, der muss so im Kopf schwach sein und so. Und wenn du dann den richtigen Moment findest, dann kannst du so eine gewisse Tonlage finden, wie du ihn manipulierst, dass er das macht, was du willst. Hier ist es ja wie so die Macht gefühlt. Also die reden einfach und der muss es dann machen so. Also wir haben hier eine Szene, wo die eine soll abgeschlossen werden, die sagt einfach nein und er hört auf. Also funktioniert da nicht ganz so. Ähm, der Twist mit dem Bene Gesserit ist eine gute Frage. Ich bin mir sicher, dass es dafür eine Erklärung gibt. Entweder gebe ich dir die nächstes Mal oder jemanden in den Kommentaren gibt sie. Ich bin gespannt. Man hätte das, aber das sind alles solche Sachen, diese Fragen dürftest du dir als Zuschauer gar nicht stellen. Also wenn du das ein bisschen besser geschrieben hättest, dann wären diese Fragen nicht aufgekommen. Und da, das finde ich, äh, da finde ich Dune dann Star Wars, Herr der Ringe und so weiter dann doch unterlegen. Ich verstehe was, ich verstehe es 100%. Also kann voll verstehen, wenn eigentlich diese Dinger stören, 100%. Wir sprechen hier aber, also Leute, wir sprechen hier über einen Top-Film, also trotzdem. Ja. Ähm, okay, ja, nee, muss tiefere Recherche gemacht werden, finde ich so schnell, wie es ist hier raus. Mach mal einen Deep Dive. Ähm, gut, dann sind wir eigentlich so gut wie durch mit der Action. Wir haben noch Duncan, der jetzt flieht und, äh, sich so einen Ornithopter holt. Da sehen wir auch noch im Hintergrund nochmal die Artillerie so ein bisschen, wie brutal die eigentlich ist und wie alles weggebombt wird. Ähm, ja, Duncan flieht da jetzt und, ähm, genau, das war es eigentlich mit unserer ersten großen Action-Szene. Und dann schneiden wir zu Paul und Jessica. Ja, und Paul und Jessica, wie du gesagt hast, sind jetzt in einem von diesen Libellen-Helikoptern, wie heißen die? Ornikopter? Äh, Ornithopter, genau. Ornithopter, okay. Ähm, und die sollen jetzt von den Harkonnen nach, äh, einfach in der Wüste ausgesetzt werden und, ähm, ja, sie, sie, die, die Harkonnen wollen sie eigentlich direkt ufen, ähm, dürfen das aber nicht auf Anweisung von ganz oben und Paul und seine Mutter schaffen es dann durch die Stimme die Harkonnen dazu zu bringen, sich selbst zu ufen und sie freizulassen und, äh, wollen dann versuchen mit diesem Ornithopter wegzufliegen. Der ist aber von den Harkonnen so, ähm, manipuliert worden, dass der einfach, äh, irgendwann kein, äh, Sprit mehr hat, dass der irgendwann einfach kaputt geht und in der Wüste stehen bleibt. Und dann sitzen die dort erst mal. Genau. Ähm, auch ganz kurz, äh, scheinbar gibt es zwei ganze Bücher darüber, wie das alles passiert ist, also, ähm, also mit dem, mit dem, weißt du, mit der Frau und sowas, äh. Okay, dann nehme ich an, werde ich mir den nächsten der Cornflakes kaufen müssen. Ähm, ja, aber die sind, die sind deep, aber ich habe die nicht gelesen, die beiden Bücher. Ähm, ja, gut, ähm, wie weit bist du jetzt gerade gekommen? Sie sind schon draußen und sind in der Wüste, sehen die Zerstörung von, von der ganzen Stadt, also das ist ja, man muss ja mal, glaube ich, sagen, das ist ja die Stadt mit der meisten Bevölkerung auf dem Planeten, glaube ich, und die raucht dort einfach komplett, oder die, die, die brennt komplett ab und darüber ist der Kreuzer, sage ich jetzt mal, von den Harkonnen, ähm, und ja, wir, wir sind jetzt in der Wüste mit Paul Atreides und, äh, seiner Frau, äh, Frau und seiner Mutter und, ja, und, äh, das Ding funktioniert nicht mehr und da bin ich jetzt nicht so ganz schlau draus geworden, weil wir haben dann ja wieder, also zuerst, ja, wir haben zuerst die Szene mit dem Duke, aber, ähm, später haben wir dann noch, oder müssen wir nochmal drüber reden, über, über die Visionen, die Paul dann hat in der Wüste. auf jeden Fall, da müssen wir gleich drüber sprechen, ähm, erst mal ganz kurz, ähm, der Lidio Atreides ist da jetzt im, im großen Speisesaal, liegt der da jetzt, ist, äh, nackt und liegt vor der ganzen Mannschaft der Harkonnen und, äh, der Baron scheint es ziemlich zu genießen, ähm, bekommen wir jetzt auch so einen, so einen, so einen Wert immer wieder hin und her geschnitten, so zwei Szenen, die parallel laufen, ähm, machen wir mal kurz das einfach fertig, ähm, nämlich, Dr. Yui ist jetzt, äh, ist da, ist da, sagt dann, ey, ja, ich hab meinen Job erledigt, natürlich, was soll passieren, der Baron uft ihn und sagt, ja, deine Frau hab ich auch schon längst geuft, jetzt habt, seid ihr halt beide zusammen im Jenseits, ähm, so hassen wir den Baron halt noch mehr, ähm, dann bekommen wir noch ein kleines Gespräch mit Lito, aber nichts groß wichtiges jetzt, er geht näher an ihn ran und Lito sagt, hier bin ich, hier bleibe ich, beißt auf seinen Zahn, atmet aus und, ähm, der ganze Raum uft und der Baron scheinbar zumindest erst mal auch und, ähm, ja, so viel dazu. äh, da, also das, da, da müssen wir dann nochmal drüber sprechen, aber, ja, wir kommen noch zu dieser Szene mit dem Arzt, also der Arzt dann, ja, kriegt seine Frau nicht mehr, weil die Frau ist, weiß ich nicht, was ist mit der Frau passiert? äh, die ist nicht mehr lebendig, also die, die war schon von Anfang an, ähm, wurde geruft, nicht mehr, genau, genau. Ja, super, hat sich, hat sich gelohnt für den Pisser. Hat sich gar nicht gelohnt. Ja, ähm, nee, wir kommen dann aber zurück zu Paul und seiner Mutter und Paul findet dann eine kleine Notiz, glaube ich, vom Arzt, der ihnen alles Mögliche in diesen, äh, Ornithopter gepackt hat und, äh, auch den Ring von seinem Vater, dieses Siegel, ähm, des, des Haus Atreides. Und das musst du jetzt machen, weil ehrlicherweise, ich bin da raus. Ganz kurz erstmal, bevor ich da jetzt was zusammenfasse und so, das war die Szene, auf die ich in dem Film am, am gespanntesten war. Sag mir mal kurz, also ich, ich fasse es jetzt einfach mal so kurz zusammen, wir gehen gleich genauer drauf ein, Paul hat jetzt hier, atmet jetzt hier nochmal Spice ein, nochmal viel, viel intensiver, weil die sind jetzt in so einem, in so einem Zelt hier auf dem Boden und atmet da sehr, sehr viel Spice ein. Und wir haben wie gesagt, wir schneiden hin und her, sein Vater ist halt nicht mehr lebendig, er checkt es, weil der Ring da ist, bla bla bla. Und er beginnt jetzt hier, extreme Visionen zu haben. Ja, also wir haben sieben Minuten, glaube ich, ist das wirklich nur Visionen. Genau. Erzähl mal, wie hast du dich bei der Szene gefühlt? Wie fandest du das? Es war so ein bisschen unklar alles und ich glaube, das soll es auch sein. Ich glaube, im Buch wird das so sein, dass da mehrere Wege aufgezeigt werden, die Paul einschlagen kann, die aber alle unklar sind und von denen, wo zu keinem gesagt wird, das ist jetzt der Richtige. Also Paul hat anscheinend oder sieht anscheinend, dass er die Möglichkeit haben wird, die Armee des Imperators zu besiegen, die Armeen der Harkonnen zu besiegen und dass er selber eine Armee anführen wird. Er sieht auch anscheinend, dass er selbst wieder ufen könnte, das interpretiere ich so, dass er sein altes Ich, sein Atreides Ich ufen muss oder sein Paul Atreides aus dem Haus Atreides Ich ufen muss und sieht dann auch wieder die Fremen und dass sein neues Ich mehr oder weniger in diesem Volk der Fremen aufgehen wird und dass die irgendwie der Schlüssel sein werden oder seine Armee oder der eine Weg für ihn, den er möglicherweise hat, wie er eine Armee aufbauen könnte und das Volk, das er dann anführen soll, um gegen den Imperator in den Krieg zu ziehen. Das ist so das, ja, einfach, dass ihm mehrere Möglichkeiten aufgezeigt werden und dass er sich weiterentwickeln muss und sein altes Ich zurücklassen muss. Das ist so das, wie ich das interpretiere. Okay. Weil, aber das ist, ich bin wirklich keine Leseratte und ich habe nicht tausend Bücher gelesen und keine Ahnung was. Aber das war für mich mit Abstand die krankeste Passage, die ich je in meinem Leben von irgendwas gelesen habe. Das ist auch das Ende des ersten Kapitels des Buches und da geht dann sozusagen die Junge so richtig los. Warte, wir sind im ersten Kapitel des Buches? Ja, ja. Also, okay, das Buch hat nur drei Kapitel. Ach so. Das hat drei Kapitel oder ich weiß nicht, ob man es Kapitel nennt oder Abschnitte oder keine Ahnung was. Das ist, also da passiert eigentlich genau das, was wir jetzt hier auch im Film haben, dass sehr, sehr viel Einführung, Exposition, Welt kennenlernen ist. Und dann haben wir da diesen harten Cut und diese Szene ist wirklich, wirklich krank, weil du musst mal darauf achten, das merkst du im Film auch, wenn du halt sehr darauf achtest, wahrscheinlich nur, danach ändert sich alles, weil das ist der Moment, wo Paul diese ganzen Namen, die er da bekommen hat, Kwisa, Zadrach, Mardi, Lisan Al-Gaib, das sind ja alles Dinge, die nur in Verbindung mit dem Spice funktionieren, weil da braucht er ja diese Vision, dieses Bewusstsein. Ja. Und hier, von dem Punkt an, ist er ja durchgehend dem Spice ausgesetzt und hier schaltet er sozusagen diese ganzen Persönlichkeiten frei und sieht halt zum ersten Mal klar. Und das sehen wir auch schon, wie es im Film dargestellt wird. Bisher waren diese Träume ja immer Close-Ups von irgendwas, verschwommen und sowas. Aber diese ganze Szene eröffnet damit, dass wir Chani auf so einer Düne haben, die ihn hoch winkt, lächelt und es ist super klar, das Bild, und ihm diesen riesigen Krieg zwischen den Fremen auf der linken Seite und den Sadokar auf der rechten Seite zeigt. Die Guten kommen immer von links. Genau. Und das ist, das ist sozusagen der Weg, der ihm jetzt immer wieder gezeigt wird. Also er hat, das ist das erste Mal, dass er diesen Jihad vor sich sieht. Er sagt ja auch immer wieder, Ich weiß nicht, ob wir das Wort für die Monetarisierung sagen dürfen übrigens. Stimmt, kacke. Nennen wir es Heiligenkrieg. Er sagt ja auch nicht das Wort. Macht es auch nicht besser? Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Lass mich kurz überlegen. Glaubenskrieg macht es wahrscheinlich auch nicht besser. Warte, irgendwas finden wir was cooles mit J. Diesen Djibouti, nennen wir es Djibouti. Genau, okay, nennen wir es so. Also dieser Djibouti ist ja das, worauf alles, ist dann das, worauf alles hinausläuft. Er sieht das, er sieht das in seiner Zukunft, dass diese ganzen Wege, die er gehen könnte, darauf hinauslaufen. In diesem einen Moment, also das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, er sieht tausend Wege, bla bla bla. Und von dem Punkt an haben wir eigentlich alles, was außerhalb von Pauls Geist passiert, ist fast nur Nebensache. Es geht vielmehr jetzt immer darum, es geht vielmehr darum, welchen Weg Paul jetzt geht, weil er kämpft sozusagen immer dagegen, gehe ich den Weg, der mich zu diesem Djibouti führt, oder renne ich da vorweg, oder wenn ich da vorweg renne, führt es mich nur noch näher dahin. Das ist super schwer zu erklären, aber das werden wir gleich immer mehr sehen. Die Szene ist krank, auf jeden Fall. Es ist eigentlich das, was sein Vater vorher gesagt hat, er wird gerade gerufen, und die Frage ist, ob er aber den Ruf erwidert. Und was ich auch so interessant finde, wir sehen ja hier das Messer, mit dem die Dame, die Zendaya-Charakter, Chani, ihn vorher geuft hat. Das ist zwar jetzt auch voll mit Blut, aber sie uft ihn damit nicht, sondern es ist, weißt du, wie ich meine? Ja. Es bekommt eine andere Bedeutung. Und vor allem, also jeder einzelne Frame, den du hier siehst, wird genau so in Teil 2 aufgegriffen, aber trotzdem wird hier nichts gespoilert. Aber das ist schon krass. Eine Sache nur noch, zu der Szene, das ist das Auffälligste. Das ist der Moment, wo diese Mutter-Sohn-Rolle komplett tauscht. Also bisher war Paul immer der Sohn, seine Mutter hat ihm die Ansagen gemacht, er ist einfach seiner Mutter hinterhergegangen, sie war die Lehrerin. Und hier ist jetzt sofort der Swap da. Wir bekommen jetzt eine Stunde lang, wird seine Mutter keine einzige Ansage mehr machen. Paul zeigt den Weg, er geht voran. Da hätte ich eine Frage dazu. Ich weiß nicht, was für eine große Rolle die Mutter jetzt noch spielen wird. Ich nehme mal an, eine große, weil sonst hätte sie nicht überlebt. Aber ich glaube, es hätte Paul als Charakter sogar, oder dem Film sogar, noch besser getan, wenn wir uns nur auf Paul konzentrieren können und die Mutter auch uft. Nein, nicht würde passieren. Das war jetzt falscher Spoiler. Also sie wird weg, also sie wird weggeschoben. Am Anfang, nächster Teil wird sie weggeschoben. Da haben wir nur noch Paul-Fokus. Aber ich finde es hier cool, dass du das, weil da das so das Auffälligste, wo du am wenigsten darauf achten musst, dass du es halt sofort merkst. Paul ist, also ist eine ganz andere Persönlichkeit hier jetzt. Auch hier mal, wir haben gar nicht über Schauspiel bisher gesprochen. Kurzes Lob an Timothy Chalamet, der macht das krass. Vorher, also ich finde, der wirkt nach der Szene, als wäre der fünf Jahre gealtert, in einer Minute so. Er wirkt sofort viel reifer und alles. Ich möchte noch dazu sagen, wir haben hier teilweise die krassesten Schauspieler, die Hollywood aktuell zu bieten hat. Also Oscar Isaac, Chalamet und so weiter. Ich kenne die Namen alle nicht, Leute. Sorry, ich bin nicht so der Schauspieler-Namen-Freak. Ich kenne sie, wenn ich sie sehe, aber die Namen habe ich jetzt nicht alle so im Kopf. Das ganze Ding hatte ein geringeres Budget und geringere Gehalts, aber höhere Gehaltskosten, glaube ich, für die Schauspieler als die Acolyte. Muss man sich nur mal so vor Augen führen. Das ist krank. Und vor allem, diese Schauspieler ordnen sich auch einfach der Idee unter. Also Zendaya hat hier so wenig Screentime, aber die war eine der Hauptleute in der ganzen Pressesache. In Teil 2 haben wir Anya Taylor-Joy, eine der größten Schauspielerinnen, die hat, glaube ich, 3 Sekunden Screentime im ganzen Film. Ich glaube, jeder Charakter hat erst mal so einen Film, wo er den Teaser spielen muss, wo er in den sauren Apfel beißen muss und dann kommt der Charakter erst im nächsten Teil so richtig zur Geltung. Kann das sein? Das stimmt. Ja, ja. Das ist wirklich so ein bisschen das. Ich habe einen Hot Take. Wenn Tom Holland hier den Paul Atreides gespielt hätte, dann würde ich Tom Holland auch ernster nehmen, weil Tom Holland, habe ich ja gesagt, ich finde, er ist ein super Typ, aber er hat halt wirklich nur die Kack-Rollen. Übertrieben. Ich finde, Timothee Chalamet und Tom Holland sind sich so theoretisch sehr ähnlich und ich hatte beide immer in der gleichen Schublade, seit Dune aber gar nicht mehr. Also seit Dune ist der Typ für mich einer, der auf seinen Oscar, auf seinen zukünftigen Oscar zuläuft und Tom Holland halt eher der Rock-Rollspieler. Ist ein B-Schauspieler ehrlicherweise, von den Rollen her, die er hat. Ja. Ist so ein bisschen schade. Tom Holland, ohne Witz, egal was er spielt, er ist immer irgendwie so ein kleiner Idiot, hat immer irgendwie so unpassenden Humor, der nur da ist, weil Disney einen lustigen Film machen will, wo wir auch schon bei Disney sind. Der Film hier ist von Warner Media. Da ist nichts von Disney mit dabei. Ich glaube, es würde Tom Holland gut tun, mal von den Disney-Filmen wegzukommen. Marvel und so spreche ich hier gerade von. 100 Prozent. Das ist richtig. Aber, ja, gehen wir mal weg von der Szene und starten jetzt ins letzte Kapitel für diesen Film. Also, ja, so halb letztes Kapitel für diesen Film. Was passiert? Erzähl mal. Es passiert jetzt, dass Duncan kommt mit einem Ornithopter und sie abholt und zu einer, ja, alten, ich nenne es mal, Wetterkontrollstation bringt oder so. Also, das ist eine Station, wo das Imperium eigentlich mal vorhatte, Arrakis in einen fruchtbaren Planet zu verwandeln oder zumindest teilweise, dass man dort leben kann und dass sie dort einen Stützpunkt aufbauen können, wo sie das Aquafair unter dem Sand anpumpen wollten, was anscheinend richtig schwierig ist, für die Främen da ranzukommen, wo aber viel Wasser sein soll, womit man Arrakis hätte in ein echtes Paradies verwandeln können. Aber dann haben sie das Spice gefunden und dann hatten sie keine Motivation mehr, die Wüste irgendwie abzuschaffen. Genau. Das ist das, was da jetzt passiert. Das ist auch so eine Sache, wird nicht wirklich angesprochen, ist aber eigentlich ein Riesending. Die Främen, der große Traum der Främen ist, Arrakis zu einem grünen Paradies zu machen. Die wollen da unbedingt Pflanzen haben. Das ist so deren großer Traum. Und das ist auch Sinn und Zweck des Liesin Al-Ghaib. Also, er soll der sein, der die ins grüne Paradies führt. Ja, wird dann auch nochmal wichtig. Ach Gott, wir bekommen hier den Kaffee. Ja, komm, lass überspringen. Hier wird Kaffee gemacht jetzt ein bisschen. Da wird dann auch nochmal die Frage gestellt, wer Lied Kainz eigentlich für die Främen ist. Der Typ war eigentlich voll der krasse Anführer. Wird hier so ein bisschen gegatekeept, wie krass der eigentlich oder wie krass sie eigentlich wirklich war. Aber wir bekommen jetzt den ersten richtigen Dialog vom neuen Paul. Und wir merken sofort, der Typ hat ein paar Cracks in seinem Kopf jetzt. Nämlich geht es da jetzt so ein bisschen darum, wie die weiter vorgehen wollen. Und Lied Kainz sagt, ja, der Imperator hat mir verboten zu sprechen. Es macht keinen Sinn, zum Landrat zu gehen und da irgendwas zu melden und sowas. Ich werde hier nicht reden dürfen. Aber Paul sagt dann und revealed seinen großen Plan, der Imperator hat keinen Sohn. Der Imperator hat keinen Sohn, nur drei Töchter. Und es könnte, also er braucht noch einen Thronfolger. Und warum soll ich nicht dieser Thronfolger werden? Ich könnte eine dieser Töchter heiraten und dadurch dann Thronfolger werden, Imperator werden. Und er wird dafür jetzt erst mal belächelt. Er sagt, du hast es doch nicht wirklich auf dem Thron abgesehen. Wer bist du überhaupt? Was denkst du, wer du bist? Gerade sitzt er ja nur in einem Sandloch. Genau. Und er hat auch bisher noch nicht so viel gezeigt, dass man denkt, er wäre der Krasseste. Aber er verzieht keine Miene. Und es scheint so, als hätte er die Antwort schon erwartet. Und geht dann vor und sagt, ja, ihr redet doch immer von dem Lisa Nagaib, oder? Und beginnt dann zu sagen, ja, also zählt ihre ganze Vergangenheit auf. Sagt, du hattest mal einen Mann, der ist im Kampf gefallen. Du hast einen Traum, du bewegst dich in zwei Welten. Also verrät ihr alles über sich selbst, was eigentlich ihre tiefsten Gefühle sind und was wahrscheinlich maximal zwei oder drei Menschen auf diesem Planeten wissen. Und sie guckt und merkt, Kacke, der Typ hatte ja ziemlich was drauf. Vielleicht ist er wirklich jemand Besonderes. Ja, und das teast uns so ein bisschen an. Das checken wir hier vielleicht noch nicht so ganz. Alles, was hier passiert, deswegen meine ich auch, der Typ ist ganz anders. Er weiß einfach alles, was passiert. Aber das wird uns im Buch immer wieder gesagt. Er weiß jede Antwort, die er gleich bekommen wird. Die laufen auch gleich durch die Wüste. Und eigentlich sollten die sich gar nicht orientieren können. Er kennt die Wege. Also das ist so ein bisschen, ja, schon ein anderer Charakter als noch am Anfang. Ja. Alles durch die Vision und eventuell das Logbuch mitbekommen. Genau. Ja, aber jetzt bei diesem ganzen Ding, stimmt, Frage, die ich hätte. Sie wurde ja gerace-swapped und gegender-swapped. Hatte dieser große blonde Typ auch eine Frau oder einen Mann oder wie ist das? Der war noch mal ein bisschen wichtiger. Also zum Beispiel Charney war seine Tochter. Ach so. Ich weiß nicht, ob das hier auch so sein soll, dass sie die Mutter von Charney ist. Das weiß ich nicht. Könnte sein. Aber deswegen, also er war auch der Bruder von Stilgar, soweit ich weiß. Und dann war Stilgar der Onkel von Charney. Deswegen waren die auch so connected. Und Charney war halt auch so ein bisschen mehr wie die Prinzessin der Fremen, in Anführungszeichen. Also war noch mal ein bisschen hervorgehoben. da. Also der war ganz anders da. Da wurde gar nicht von sowas gesprochen. Joa. Wir haben jetzt hier, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ich nehme an, wenn du schon so drüber sprichst, dann wird es in Teil 2 auch noch nicht so hundertprozentig klar sein. Aber wir haben dann hier jetzt das Problem, dass die, wer kommt da jetzt? Sind das die Hakon oder sind das die anderen? Das sind die Saduka. Das sind die Saduka, okay. So einen coolen Auftritt haben die Hakon nicht. Ja, naja, ich weiß nicht, ob der Auftritt hier auch so cool ist. Aber die Saduka sind jetzt dort und greifen an und ufen alle, die dort davor stehen. Und was Duncan jetzt hier macht, ist, er schließt die ein in diesem Raum, weil er weiß, die kommen da durch eine Hintertür raus, durch so einen Geheimgang und hält jetzt die Saduka auf und verschafft ihnen somit Zeit. Die Saduka wirken hier aber auch wieder sehr, sehr schwach, weil er schafft es wirklich, diese Saduka einfach nach der Reihe zu ufen. Ich habe null, null irgendwie verstanden vorher, dass die Saduka angeblich so krass sein sollten. Ich dachte, das ist einfach nur zusätzliches Action-Material. Check ich hundertprozentig. Ich habe das auch nie vorher verstanden. Das in Teil 2 ein bisschen mehr, aber der übertriebene Trugschluss ist hier immer, dass die immer gegen die krassesten Gegner kämpfen. Also wir werden auch in Teil 2, das habe ich so ein bisschen vorher gemeint mit dem großen Twist, ich warte, wie gesagt, bis Teil 2 damit, die Fremen sind auch komplett krank. Also wir sehen, wie die gegen Fremen kämpfen und sich schwer tun und Duncan Idaho gilt als einer der Top 5 Schwertkämpfer im ganzen Universum. Aber das sind so die krassesten Leute, gegen die Saduka hier kämpfen. Deswegen wirken die so schwach. Wäre gut zu wissen, bevor man Duncan in der Szene jetzt hier ufen lässt, weil, wie ich schon vorher gesagt, das ist kein Charakter. Genau. Und dann kommt es zum Kriegsverbrechen. Ja. So, ja. Mann, ja, nee, warte, ich sage es noch nicht. Ich warte. Ja, dann kommt es zum Kriegsverbrechen. War das eine Überleitung? Das war eine Überleitung, ja. Ach so. Genau. Die benutzen da jetzt so eine Laser Gun, Lace Gun, um die ganze Tür aufzuschneiden. Wird aber nicht groß thematisiert. Duncan Uft, wie du gerade schon beschrieben hast. Wichtig aber, ne, aber scheiß drauf, ich sage es nicht. Wichtig aber, er wird überleben und wird in Tag 2 zurückkommen. Ne, tatsächlich nicht. Falsches Wörter. Okay. Deswegen, ich sage es nicht. Die rennen da jetzt durch so Geheimgänge, rennen die jetzt weg. Lead Kainz zeigt denen den Weg, sagt, ja, ey, geht hier lang, da steht ein Onnitopter mit 2 Personen, da passen aber nur 2 Personen rein. Ich werde anders weggehen und da bekommen wir einen coolen Reveal. Wie willst du wegkommen? Ja, ich bin ein Främen. Und, ähm, ja, rennt er an die Wüste. Ähm, Jessica und Paul fliegen los. Und, ähm, ja, Lead Kainz stellt da sowas auf. Was glaubst du, was hat er da vor? Naja, es ist ja offensichtlich, das ist ja so ein Ding, was rhythmische Klopfgeräusche macht. Und da kannst du dir ja schon denken, was das anziehen soll. Genau. Und warum will er einen Wurm anlocken? Eventuell, also ich nehme es mal an, wenn du schon sagst, die Figur ist so krass, dann wird die hier in dieser Szene nicht direkt vom Wurm gefressen, sondern sie wollte ein Reittier besorgen. Das, äh, könnte gut sein. Das wird hier so ein bisschen, äh, angeteast schon mal. Aber wir erfahren es leider nicht. Ähm, denn die Sadokar kommen, ich wollte gerade kommen von hinten sagen. Egal, ich sag's. Die kommen von hinten und, äh, ja, Ufen, Ufen, Ufen-Lied-Keins. Und, äh, ja, das Ganze endet dann aber damit, dass bevor sie ihn wirklich ufen können, äh, kommt der Wurm und frisst die alle. Und, ja, ist, ist eine, ist eine coole Szene, die hier auch krass gekürzt wurde. Äh, der hat eigentlich voll den epischen Tod so, aber war ja auch so ein bisschen episch. Okay. Ist es aber ein richtiger Tod? Das ist das, was ich mich jetzt frage, weil, ähm, die hat ja das Ding aufgestellt, noch bevor die Sadokar dort waren. Und entweder wollte sie, dass dieses, dieser Wurm, die die ganze Einrichtung zerstört, oder sie wollte ihr Haustier holen. Ähm, ich verrate jetzt mal nix. Ja, verrate mal nix. Aber, ich verrate mal nix. Äh, ja, wir bekommen dann noch Paul und seine Mutter, die im Ornithopter wegfliegen. Der Ornithopter ist tatsächlich ein älterer, der hat nicht drei, sondern der hat nur zwei Flügel auf jeder Seite, die so schlagen. Und der hat auch keinen Hinterraum, glaube ich. Der hat nur den, die, die Pilotenkapsel. Und, ja, jetzt kommt erst mal so ein Sandsturm und die, äh, die, und so ein paar Raketen, die auf sie geschossen werden. Und, äh, ja, es wurde vorher gesagt, fliegt in einer Höhe von, keine Ahnung, fünf Meilen oder so irgendwas über den, über den Sandsturm. Da oben hast du eigentlich nur noch so ein bisschen Staub. Ähm, und, ja, das, äh, dass man das dann recht gut überstehen soll, diesen Sturm, und dann gut darüber fliegen kann. Ähm, sie müssen aber aufgrund der, der Raketen in diesen Sturm hineinfliegen und stürzen ab, mitten in der Wüste, ähm, ähm, und, und das Ding ist flugunfähig. Genau. zwischendrin haben wir auch noch so ein paar Visionen von so einem Typen, den wir gleich wiedersehen. Ähm, ja, da noch kurze Zwischenszene, äh, Baron, die Visionen, ganz kurz, also, es, es kommt ja später zu so einem, so einem gewissen Kampf, in den Visionen sieht der ja auch, was er für Möglichkeiten hat in diesem Kampf, oder? Mhm, also, ja, also gleich, er hat ja vor dem Kampf nochmal Visionen, da fallen zwei Sätze, die übertrieben krank sind, die fallen einem unmöglich auf, wenn man es zum ersten Mal sieht, aber die, da, da wird es so ein bisschen erklärt. Ähm, aber warten wir da mal kurz. Erstmal, Wladimir Akon hat überlebt, liegt in so einem ekelhaften Sud drinnen jetzt, ähm, und, ja, die Akon sind davon überzeugt, dass, äh, Paul und Jessica tot sind, weil sie halt in diesen, in diesen Coriolis-Sturm reingeflogen sind, und eigentlich überlebt das keiner, ähm, und der Baron chillt da jetzt so ein bisschen und sagt, okay, ähm, super, jetzt muss aber Cash gemacht werden, ich hab's vorher schon gesagt, diese ganze Aktion war wahrscheinlich das teuerste, was jemals passiert ist, ähm, deswegen, Bruder Rabban, hol mir jetzt ein bisschen Cash. Ja. Jetzt, also übernehmen die jetzt wieder das Spice, äh, Farmen, nehm ich mal an, und werden jetzt den Planeten unterdrücken. Genau. Ja. Ähm, ja. Ja, wie, wie schon gesagt, wir stürzen ab, und, äh, ehrlicherweise, das musst du machen, weil, weil du kennst dich da jetzt besser aus, weil sonst gebe ich nur wieder, was auf dem Bildschirm passiert. Also, Paul, sie steigen ja aus, und fliegen wirklich, äh, super, jetzt, jetzt leckt mein, mein Film, ähm, sie, sie fliegen dorthin, stürzen ab, und bewegen sich dann, wie die Främen im Sand fort, genau auf den Wegen, das hab ich auch erst jetzt gecheckt, dass der zufälligerweise einen Weg eingeschlagen hat, der eigentlich bekannt ist, den Främen, zu einer Stadt, und versuchen dort, bei den Främen anzukommen, wo, ähm, die, die eine Dame gesagt hat, was sie hin sollen, und auf dem Weg treffen sie jetzt, oder laufen durch den Sand, und auf dem Weg, äh, treffen sie jetzt auf so einen Wurm, der sie dann verfolgt, und sie retten sich auf so ein paar Steine, wo sie dann nicht ganz alleine sind. Genau, ähm, das ist, das ist eigentlich so ziemlich, aber der wird, der Weg wurde hier super gekürzt, das ist halt auch eigentlich, und das ist so der krasseste Moment, wo ich gemeint habe, man wird so von der Hitze erdrückt, das ist eigentlich so eine ewig lange Reise durch die Wüste, ähm, wo dann auch nochmal vor allem diese Dynamik zwischen Paul und seiner Mutter hervorgehoben wird, dass Paul jetzt halt, aber der wird dann auch später, unter den Främen, erstmal immer Mann-Kind genannt, weil er halt irgendwie 15 ist, aber eigentlich so weise ist wie ein 80-Jähriger, und halt dann von dem Punkt an kein Kind mehr ist, ähm, und ja, da laufen die halt da rum, die erkennt viele Wege, oder weiß dann immer, was passiert, äh, die haben zwei-, dreimal Probleme mit dem Sand, und Paul regelt alles, ähm, also da wird so ein bisschen Dynamik einfach klar gemacht, ähm, ja, ist aber gar nicht so wichtig für den Film hier jetzt, ähm, was so ein bisschen, was man nochmal so als Främen, Frage in den Raum werfen kann, du hast gerade schon gesagt, die werden von dem Wurm verfolgt, und fliehen dann, und wir haben dann am Ende so eine kurze Szene, die auch ganz cool aussieht, wie die sich auf so einen Stein retten, aber der Wurm kommt noch so hoch, und ist dann eigentlich so drei Meter von Paul entfernt, und wir sehen so ein riesiges Maul von diesem Wurm, und theoretisch hätte der Wurm ja einfach nach vorne springen müssen, hätte Paul gefressen, das wäre ja kein Problem gewesen, ähm, und dann wird es so erklärt, dann wird dann so ein, gleich so ein Klopfer aufgestellt, und der Wurm geht wieder weg, und man sagt, okay, das war jetzt der Grund, deswegen ist Paul hier nicht geuft, wird auch so ein bisschen in Frage gestellt, vielleicht, weil, der, der Planet, der befreit werden will, uft ja nicht seinen eigenen Befreier, vielleicht war es auch deswegen, dass der, dass Shai Hulud, der Wurm, der ja also auch als Gott gesehen wird, ihn hier nicht gefressen hat, wird da auch so ein bisschen in Frage gestellt, ähm, ja. Ich dachte mir so beim Schauen, so Bruder, eventuell solltest du so ein bisschen weiter hoch auf den Stein. Ja, das, äh, denkt man sich da schon so ein bisschen, ähm, aber, aber ja, dann kommen wir jetzt wirklich zum Finale des Films. Ja. Wie gesagt, das musst du machen. Ich, 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 ich komme da nicht weiter. Okay. Ähm, genau. Also, die, die sind halt auf diesem Stein angekommen und wollen eigentlich erstmal ein bisschen chillen, aber merken, die sind nicht alleine. Nämlich sind da jetzt Dilger und ein paar Fremenleute um ihn herum. Ähm, und die werden direkt bedroht. Also, wenn da Fremde in der Wüste rumlaufen, werden die immer direkt geuft, weil die halt Wasser in ihrem Körper tragen, und hier wirkt es so random, als wären die einfach bösartig und würden die ufen wollen, aber, also, wie gesagt, wenn man da checkt, wie wichtig Wasser ist, das ist einfach nur pragmatisch. weil, wenn die da jemanden ufen, ist es wie ein ganzes Leben, was sie für ihren eigenen Stamm gewinnen. Äh, Deswegen, ähm, war, war, war es warum? Du kannst das Wasser so nicht aus dem Körper rausholen. Das ist unmöglich. da, da schon. Da schon. Da schon, Die haben so Maschinen. Da schon, die haben so Maschinen so. Okay, aber in Realität, du kannst ein Kamel ufen und kannst gewisse Organe aufschneiden, wo Wasser drin ist, und davon kommst du dann ein paar Tage durch. Aber, bei einem Menschen unmöglich. Ja. Unmöglich. Ja, aber das sieht man direkt am Anfang von Teil 2. Die haben so eine Spritze, die die da so reinmachen, und dann kommen da so gefühlt 300 Liter Wasser raus. Äh, Okay. Ja, das ist so deren Move da irgendwie. Genau. Aber, ähm, da kommt es jetzt zu so einem kleinen, äh, Streit. Da ist es keine Konfrontation, denn, die soll natürlich geuft werden. Paul sagt, nein, hier, ähm, du kennst mich dann noch, ich bin der Sohn des Herzogs. Und Stilgert zögert dann kurz, sagt dann, okay, weil er halt auch, das, das wissen wir hier noch nicht, aber er ist sehr, sehr nah an diesen ganzen religiösen Themen in Dune drin. Aber er hat doch nicht geglaubt, dass er der Typ ist, der, der, äh, wie auch immer. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hat er es noch ein bisschen bezweifelt, ja, aber also, hast du die Memes nicht mitbekommen? Ich hab zu Dune nichts mitbekommen, gar nichts. Also, ja, nach Teil 2, äh, wirst du, wirst du ihn ein bisschen anders sehen. Ähm, auf jeden Fall, er ist da sehr nah an diesen, er ist sehr religiös, sagen wir es so. Und deswegen will er die, die Möglichkeit nicht ausschließen und will Paul mitnehmen. Der sagt, er ist jung, den können wir noch lernen, kein Problem. Aber die Frau, die ist zu alt, die muss jetzt hier geuft werden. Natürlich wird das nicht angenommen und, ähm, es kommt zu einem Kampf, wenn wir es so nennen können, weil es ist kein Kampf. Äh, Jessica nimmt Stilga in 2 Sekunden, hops, und, ähm, ja, Stilga checkt, das ist eine Bene Gesserit, die ist ziemlich gut ausgebildet, ähm, ganz andere Situation jetzt. Das ist auch so eine Sache, die wir hier nicht richtig checken, äh, diese Bene Gesserit sind komplett, komplett krank und die wird dann auch sogar in den Stamm nicht nur aufgenommen, weil, oh, sie kann, sie kann kämpfen und so, sondern, sie wird dann auch Lehrerin der Fremen und bringt denen diese Bene Gesserit-Kampftechniken bei, weil das so Sachen sind, die sonst keiner kann. Okay. Ähm, ähm, Frage, warum schneiden die sich selbst ein? Äh, so deren Move, so Blut geben, weißt du, weil Blut ist ja auch Wasser drin und dann gibst du so, er ist so der Anführer, er sagt, ich gebe mein, mein Wasser, mein Blut dafür, ihr könnt mir vertrauen, die anderen sagen, okay, wir glauben auch an dich. Ja, aber dann schneide ich mich doch nicht ein, da, da muss doch das Wort sein. Wasser ist ja so wichtig, ich dachte, die wollten gerade den Menschen uffen, um an Wasser zu kommen. Ja, das, das, das ist das Krasse und das, das ist so, so gut, das ist so gut, das wirst du in Teil 2 sehen. Ja, die verschwenden ja bei jeder Gelegenheit Wasser, was ist denn das? Genau, genau, guck mal, im Buch geht es die ganze Zeit darum, wir bekommen dieses ganze erste Kapitel gezeigt, dass nicht mal ein Tropfen Wasser verschwendet wird und dann, sobald es um religiöse Sachen geht, das siehst du, im zweiten Teil wird es im Film perfekt gezeigt, ist Wasser kack egal. Da wird Wasser auf den Boden geschüttelt, alles, sobald es um Religion geht, ist Wasser auf einmal egal und das halt auch, weißt du, für diese Message so gefährlich ist. Ich hab so das Gefühl, deren Religion ist daran schuld, dass sie so ein mieses Leben führen. Dann hast du Duran verstanden. Dann hast du Duran verstanden. Genau das ist so ziemlich die Antwort auf die ganze Frage, die da gestellt wird. Aber, aber ja, genau, aber da kommt es jetzt zum Kampf und Paul ist da oben und bla bla bla, Kampf und sowas, aber eigentlich hat sich alles geregelt und die wollen jetzt einfach abziehen. Stilgar sagt, wir nehmen beide bei uns im Stamm auf, sprechen im Siege Tabra, da wo die herkommen darüber, lass uns abziehen, und es ist bald Tag. Aber, der Typ, den wir gerade schon in der Vision gesehen haben, Jarmis, findet es nicht so cool, denn der wurde gerade von Paul gehauen und der Typ ist ziemlich eitel und sagt, ey, ich lass mich hier nicht einfach hauen und ich will die nicht mitnehmen, funktioniert nicht. Der Stärkste führt, also ist immer der Stärkste in der ganzen Gruppe, darf immer anführen und eigentlich ist Stilgar der Stärkste, aber der wurde ja gerade von Jessica besiegt. Ja. Also sagt er jetzt, ich lass mich nicht von der anführen, komm, wir kämpfen. Also wir machen jetzt hier so ein, dieses Klassische, die, wer anführen will, muss so einen Kampf machen. Aber man darf Jessica nicht herausfordern, weil sie eine Bene Gesserit ist, die nennen das Sayadina, das heißt Heilige Mutter, auf deren Jakobser-Sprache da und genau, deswegen darf sie nicht kämpfen. Paul kämpft aber für sie und dann kommt es, wir bekommen tatsächlich nochmal Action in diesem Film zum großen Finalenkampf. Ja. Also Paul soll jetzt, wie gesagt, für seine Mutter kämpfen und der hat vor dem Kampf, in dem Lager, was sie aufschlagen, so ein paar Visionen. Er steht an so einer Steinwand und bekommt die Visionen und sieht zwei Wege, die eigentlich keine zwei Wege sind, weil eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Entweder er ufft den Typen jetzt oder der Typ ufft ihn. Es gibt bei diesem Kampf, wie auch später gesagt wird, ich bin noch gespannt auf die zwei Sätze, die du dann sagst, die so krass sein sollen. Es gibt bei dem Kampf nur Leben oder Tod. Es gibt keinen, ich hab dich besiegt und du darfst wieder aufstehen oder so. Es gibt nur Leben und Tod. Was auch wieder so eine Sache ist, ich hab das Gefühl, die Traditionen sind schuld daran, dass sie so ein mieses Leben führen. Ja, er hat aber, ja, ja, sag erst mal. Er hat aber keine Waffe und die bekommt er jetzt vom Zendaya-Charakter, von Chani und das ist der Moment, wo sich eine seiner Visionen bewahrheitet, nämlich, dass er von einer Dame, von den Fremen, wird er ein Messer oder einen wichtigen Gegenstand, eine wichtige Waffe, ein wichtiges Schwert bekommen und das bewahrheitet sich so mehr oder weniger und sie glaubt nicht, dass er es schafft. Sie sagt, naja, hier nimm das für fünf Minuten. Es wird eine Ehre für dich sein, mit dem Ding in der Hand zu sterben und viel Spaß gegen, oder mit dem Ding in der Hand zu ufen und viel Spaß gegen den Typen. Und damit schickt er sie jetzt, oder damit schickt die Gruppe, die beiden jetzt in den Kampf. Genau. Und wir haben ja jetzt hier, hast du gerade auch erwähnt, so Visionen, die Paul vorher hat und da zeigt, das fällt einem halt leider nicht auf. Und das ist halt dieses, was ich gemeint habe, der Film ist krankmutig damit, einfach Sachen reinzuballern, die du wirklich nur verstehst, wenn du den Film Frame für Frame guckst. Man könnte auch sagen, er hat einen Reward-Schwert. Ja, das zum Beispiel auch. Er hat jetzt hier Visionen und ich habe vorher gesagt, dass Paul die ganze Zeit diesen Djibouti im Kopf hat und dass die ganze Zeit so ein Kampf ist, ob er darauf zugeht oder davor weg. und dann kommt jetzt hier einmal, wird der Satz gedroppt von dieser Frauenstimme im Hintergrund, die wir immer hören, wehre dich nicht. Paul Atreides muss ufen, wird gesagt. Und das ist sozusagen die Sache, die er immer wieder, das ist sein letzter Ausweg hier. Wenn ich jetzt hier in diesem Moment Paul Atreides von dieser Welt geht und nicht mehr lebendig ist, ist dieser große Krieg verhindert. Weil das ist der letzte Moment, wo er noch frei sterben kann. Das wird sich dann im nächsten Film eröffnen, warum er dann nicht mehr frei ufen kann. Aber der Paul Atreides uft ja in der Szene. Genau, das ist es, ja. Das ist dieser eine Weg, der gezeigt wird und die eine Bedeutung, die du aus diesem Satz rausziehen kannst. Dann wird dir aber gesagt, wenn du ein Leben nimmst, nimmst du dein eigenes. Und es wird gesagt, wenn du ein Leben nimmst, nimmst du alle. Das wird auch in der Vision vorher im Hintergrund gesagt. Und da hast du jetzt das Ding, wenn er in diesem Moment, wenn er in diesem Moment Jarmes uft und diesen Kampf gewinnt, dann ist er nicht mehr Paul Atreides. Dann wird er sein bald, dann ist er auf diesem Weg, auf dem er seinen neuen Namen bald annehmen wird. Und er bekommt im nächsten Film einen neuen Namen. Dann ist er eine komplett neue Person. Da hat er sein eigenes Leben genommen. Da hat er das Leben Paul Atreides genommen. Und er wird dadurch alle Leben nehmen. Weil er halt auf diesem Fahrt bleibt, der ihn zu diesem großen Ding am Ende führen wird. Aber das ist, ich hab's grad versucht, alles spoilerfrei zu sagen. Wenn du den zweiten Film dann noch gesehen hast, dann diese Visionen sind wirklich krank. Weil die in jedem einzelnen Wort da drin, siehst du diese 20 Wege, die sich eröffnen und die du auch alle im nächsten Film sehen wirst. Und sowas. Das ist schon, diese Visionen sind schon krank. Ja. Du warst grad weg. Ich weiß nicht, was du alles gesagt hast, aber wird schon stimmen. Hast du den Kampf abgehandelt? Sind wir durch? Wann. Ey. Ja, ja. Okay, wir sind durch. Die tiefste Info, die ich zu diesem Film gegeben habe, hast du einfach nicht gehört. Schade. Egal. Die Leute haben es hoffentlich gehört. Ja, dann sag's einfach später nochmal nach der Aufnahme oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Er gewinnt jetzt und uft Jarmis. Und die nehmen den Körper natürlich mit, weil Wasser, Hurra. Aber er hat ihnen ein Leben genommen und deswegen muss er ein Leben wieder zurückgeben und das ist dann sein eigenes. Also er ist jetzt Teil der Främen, Teil dieses Stammes. Und so viel passiert jetzt eigentlich nicht mehr in diesem Film. Sie gehen jetzt noch auf diese, auf die Stadt zu und wir bekommen noch so einen, oder so Zendaya ist auch so ein bisschen beeindruckt von ihm. Er darf ihr Schwert, glaube ich, sogar behalten. Behält er das oder behält er das nicht? Keine Ahnung. Und sie gehen jetzt dort auf diese Stadt zu und wir sehen einfach nur noch so einen kleinen Shot von dieser Wüste, die vor diesen Höhlen liegt und wo einer von denen auf so einem Wurm reitet. Und damit entlässt man uns eigentlich. Also mit diesem coolen Shot, dass die anscheinend krass sind, dieses Volk und was dort alles abgeht. Und ja, damit sind wir raus. Genau. So endet das Ganze. Letzter Satz, der so wirklich gesprochen wird, ist My Way Leads to Desert. Das ist dann so ein bisschen der Teaser für den zweiten Film. Vielleicht schon mal als Info für alle, die in Rewatch mitmachen, auch für dich. Die Szene, die du als erste Szene in Film 2 siehst, war ursprünglich die Abschlussszene von Film 1. Aber wurde dann rausgeschnitten und an den Anfang von Teil 2 gesetzt. Absolut richtige Entscheidung. Bin mal gespannt, was du dann da sagst. Für mich richtige Entscheidung. Ja. Sind wir durch. Sind sogar gut zeitlich durchgekommen. Erzähl mal. Fazit für dich. Ja, Fazit für mich. Du warst wieder kurz weg. Aber Fazit für mich. Technische hier. Ja, ja. Fazit für mich ist, es ist ein guter Film, aber man hätte so ein paar Entscheidungen anders treffen können, dann wäre es für viel mehr Leute zugänglich gewesen. Aber trotzdem, der Film hat das Potenzial, zu einem großen und beliebten Franchise zu werden. Ich bezweifle nur, dass er so groß werden wird, wie Herr der Ringe oder Star Wars. Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch ehrlicherweise, wenn der Film, wenn der Film zehn Jahre früher rauskommt, in der Zeit, wo die ganzen Franchises funktioniert haben und die Leute nicht so, nicht so, also Hollywood nicht so satt hatten, dann wäre der Film auch nochmal besser angekommen oder wäre er nochmal größer geworden. Das könnte sein. Ja, für mich als Fazit vielleicht einfach nur nochmal so ein bisschen auch die Erkenntnis. Ich check voll, weil man den Film nicht so sehr mag oder Schwierigkeiten hat. Ich habe für diesen Rewatch einem Kollegen, einem Freund den Film auch aufgeschwatzt und gesagt, ey, das war gestern, du musst den Film unbedingt jetzt gucken, dass du dann meine Rewatch-Folge gucken kannst. Ich bin gespannt, ob er sich diese zweieinhalb Stunden jetzt angeguckt hat. Aber der hat mir eigentlich genau das gesagt, nur nochmal ein bisschen stärker, was du auch gesagt hast, weil er halt jetzt auch kein großer Filmfan ist, einfach nur normale Sachen schaut. Der Film ist halt hart, wenn du da nicht so tief drin bist und es nicht genau deinen Geschmack trifft, ist der Film schwer, weil du ihn halt so tief verstehen musst und so geduldig sein musst und ja, es ist halt kein klassischer Blockbuster, den man so locker gucken kann. Ja, ich finde den Film aber auch nicht so, also, er ist absolut nicht schlecht, aber es ist so dieses, was ich ja vorher gesagt habe. Ich habe den das erste Mal gesehen, habe gemerkt, okay, endet in einem Cliffhanger, ich lege das zu den Akten und beschäftige mich nicht damit, bis der nächste Film rauskommt, weil du brauchst den nächsten Film, um das überhaupt verstehen zu können. Und das ist es halt einfach. Also, der Film funktioniert nicht alleine. Der ist darauf ausgelegt, dass ein zweiter Film rauskommt und eventuell ist der zweite darauf ausgelegt, dass ein dritter Film rauskommt und der dritte wird darauf ausgelegt sein, dass ein vierter Teil wahrscheinlich rauskommt. Oder so, keine Ahnung. Also, wenn wir hier jetzt nicht mal das erste Buch abgehandelt haben, dann bezweifle ich, dass drei Filme ausreichen werden und ich bezweifle, dass vier Filme ausreichen werden. Aber es ist halt so eine Sache, wo du sagst, wie Sharon Cooper in Big Bang Theory, wenn du damit anfängst, musst du es durchziehen, sonst ist es wertlos. Ja, das stimmt. Ich habe halt damals entschieden, so wie dein Freund wahrscheinlich das dann auch bemerkt haben wird, ich habe entschieden, das zu den Akten zu legen und zu warten, bis es draußen ist. Ja, also ich kann dir schon mal so ein bisschen die Angst nehmen. Eins und zwei funktioniert theoretisch abgeschlossen. Also du hast theoretisch eine abgeschlossene Geschichte mit zwei, aber ich sage jetzt schon mal, mit sehr viel Interpretationsfreiheit. Aber das ist halt so gewollt. Und auch nach Teil drei ist aber dann wirklich Ende. Aber das ist so, das funktioniert 100%. Also es ist so ein bisschen bei Star Wars zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, wenn Filme nicht abgeschlossen sind, weil bei Star Wars hat das funktioniert, wie ich das gesehen habe. Da war es aber so, dass jeder Film so zu verstehen war, dass du den nächsten Film nicht gebraucht hast, um zu verstehen, was in dem Film gerade passiert ist. Das ist so ein bisschen mehr wie Herr der Ringe, dass du den nächsten Film unbedingt brauchst, um teilweise zu verstehen, was im ersten passiert ist. Ja. Es hat halt Vor- und Nachteile. Ich finde es auf der einen Seite cool, weil da hast du halt, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, diese riesige Reise, das wäre gar nicht möglich gewesen, hättest du bei Herr der Ringe abgeschlossene Filme gemacht. Aber es ist halt super ekelhaft, wenn einfach noch nicht alles draußen ist. Ja. Das ist kacke. Oder wenn du es vorher nicht gelesen hast, das war ja auch die Sache, wo dann viele Peter Jackson gesagt haben, nein, du darfst Herr der Ringe nicht so drehen, weil sonst ist die einzige Zielgruppe, die Leute, die die Bücher gelesen haben. Und Peter Jackson hat es halt einfach trotzdem durchgezogen. Und dann mit der Zeit sind da immer mehr Leute dazugekommen. Das stimmt absolut. Ja, aber zum Glück ist ja zumindest diese halb abgeschlossene Geschichte haben wir. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu Dune 2 und haben dann einen Abschluss. Da und da bin ich, weil Dune 1 ist, ich habe es jetzt immer wieder gesagt, ist wie der erste Akt. Aber das ist eine Einführung. Und der zweite ist halt, also alleine, scheiß mal auf die ganze Story und die ist es, was mich eigentlich interessiert. Aber das Handwerk alleine ist so, so krank. Ich bin so gespannt, was du sagst. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ihr den Rewatch mitmacht oder ob ihr, ja. Wann kommt der dritte eigentlich raus? 26 wahrscheinlich. Es wurde sogar jetzt angekündigt, dass der vielleicht zeitgleich mit Star Wars kommt. Mit dem Rey Star Wars Film. Ich glaube nicht, dass der Rey Star Wars Film das schafft bis 2026. Die haben noch immer keinen Skript. Vielleicht war es noch nicht der Rey Film. Irgendwas von Star Wars sollte da irgendwie kommen. Irgendwas hauen die ja immer raus. Irgendwas Unfertiges. Naja. Genau. Wir werden aber nächste Woche über Teil 2 ein bisschen sprechen. Können da auch noch mal ein paar Sachen einanschneiden, die wir jetzt hier Spoiler-lastig rauslassen mussten. macht gerne den Rewatch mit. Beziehungsweise, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, schaut sie. Ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich zu Alkoholite wieder. Nee, 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 nee. Davor nehmen wir noch den Special Rewatch auf. Ja, nein. Ich habe gemeint, die hören uns zu. Ach so. Ja, diese Zuschauer, die auch immer dabei sind. Genau. Dann würde ich sagen, haut rein, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.